Ladies and Gentlemen, it's Showtime! GANIKOS Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. GANIKOS! Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen internen Episode des GANIKOS Podcasts, dementsprechend mit Marcel. Das bedeutet, wir bleiben heute unter uns und sprechen über Dinge, die andere so wohl nicht ansprechen würden. Wie immer. In diesem Sinne also, willkommen zurück im GANIKOS Podcast, Marcel. Yes, danke schön. Ich freue mich, über Dinge zu sprechen, über die andere so nicht sprechen. Ja, wir starten, würde ich sagen, wie immer traditionell und das heißt Supplement Update, beziehungsweise ich habe auch ein paar supplementbezogene Zuschauerfragen hier an den Anfang gepackt. Das passt für mich ganz gut rein, bevor wir aber zu denen kommen. Und du uns wahrscheinlich auch so ein kleines Update zum GANIKOS gibst, halte ich mal noch so ganz kurz ein gerestocktes Produkt in die Kamera. Und da siehst du schon, das Omega Backup im Big Pack, das hat ja Regenabsatz zustande gebracht bei der Community. Deshalb wollte ich mal drauf aufmerksam machen, nicht, dass es sonst noch jemand verpasst und es nachher heißt, ey, warum hat uns das keiner gesagt, ist ja schon wieder weg. Also der Big Pack ist zurück und auf Lager und ready to order. Auf jeden Fall ein Produkt, das ich zwar sehr lange schon nehme, also Omega allgemein. Ich mag das auch, ich war aber trotzdem überrascht, wie groß die Nachfrage ist. Ja, das geht mir auch so. Also die Omegas gehören zu den Topsellern bei uns. Ja, manchmal kann ich es auch nicht so ganz erklären. Ich glaube, dadurch, dass wir einfach recht transparent sind, den Kunden eine Laboranalyse an die Hand geben, wissen sie eben bei uns, was sie bekommen. Und mit dem Big Pack haben wir auch ein echt faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kommst du schon drauf zu sprechen. Ich wollte den Vorteil mal deutlich machen, weil wir haben ja im Big Pack statt den 120 Kapseln 360 Kapseln drin. Und im Verhältnis spart ihr, wenn ich hier im Shop gucke, 13 Euro. Wenn man es mit den 3-Monats-Packungen vergleicht, sind etwas über 20 Prozent. Und da rechnen wir schon mit dem vergünstigten Bundle-Preis. Also muss man definitiv dazu sagen, weil die Ersparnis ist definitiv der große Vorteil. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Ding jetzt, glaube ich, schon zweimal relativ zügig out of stock war. Ja, vielleicht da auch kurz zur Erklärung, warum wir die Bundle-Preise anbieten. Es ist natürlich so, dass wir uns versuchen, gute Preise zu erarbeiten, indem wir ja viel verkaufen. Und wenn wir viel verkaufen, dann können wir mit den ganzen Lieferanten sprechen und bekommen dann bessere Preise. Und daher versuchen wir, einen Anreiz zu schaffen, eben viel zu verkaufen, damit wir auch wiederum viel einkaufen können. Also Omega Big Pack ist wieder am Start. Galenicus bald nicht mehr, wenn ich mir die Zahlen so anschaue. Eventuell ist der Booster auch weg bis zum Release dieser Folge. Kann definitiv sein. Wie ist da der Stand bezüglich Abmahnung und Nachproduktion? Kannst du da mal ein Update geben? Also wir sind jetzt so in der Schwebe. Der Verband hat uns ja abgemahnt. Und jetzt ist die Frage, gehen die damit vor Gericht oder nicht? Da haben wir immer noch kein Update. Es kann jetzt sein, dass die eben überlegen. Es kann auch sein, dass die uns einfach so in der Luft hängen lassen. Weil nochmal, hier wollte uns ja eine Firma schaden. Und dementsprechend, selbst wenn sie nicht vor Gericht gehen, dann werden die erstmal nichts sagen, um uns hier in der Luft hängen zu lassen. Es kann aber auch sein, die Gerichte in Deutschland, die sind sehr, sehr langsam. Vor allem jetzt durch Corona. Jeder, der so mit Beamten zu tun hat, der weiß ja, die reißen sich keinen raus. Und das ist in dem Fall auch glücklich manchmal bei Gerichten. Und dementsprechend kann auch sein, dass es jetzt bei Gericht liegt und das Gericht eben langsam ist. Wir nehmen jetzt den Podcast am Donnerstagabend auf. Stand jetzt kam keine Post. Wenn wir den morgigen Tag überstehen, ich glaube, dann sind wir so zwei oder sogar schon die dritte Woche nach der Frist, die uns dieser Verein gegeben hat. Also diese große Dringlichkeit scheint irgendwo nicht da zu sein. So viel muss man dazu sagen. Ihr seht also auch, wenn da jetzt irgendwie, wenn es tatsächlich gewesen wäre, dann würde das jetzt nicht irgendwie schon drei Wochen dauern, bis wir da Bescheid bekommen. Jetzt geht es schon in die Taktierei rein, muss man sagen. Man will da ja auch immer so nicht seine Karten offenlegen. Aber wenn sich da jetzt niemand meldet, dann bist du ja eigentlich ständig in der Position, dass du warten musst, dass eventuell was passieren könnte, vielleicht auch nichts passiert. Wann produziert man dann nach, ist so die Frage. Ja, also wir könnten ja jetzt einfach das El Norvalin rauswerfen und dann würde es weitergehen. Ich will es aber auch gar nicht zu sehr ins Detail, weil vielleicht machen wir das ja so. Ja, wer weiß. Man muss ja sagen, der Feind hört vielleicht mit. Vielleicht gibt es auch bald einen neuen Galenicus und dann ist es so. Ja, ich will jetzt nicht so viel sagen, aber ja, es ist jetzt eine spannende Phase für alle. Ich hau mal, wie gesagt, ein paar Zuschauerfragen hier in den Teil, weil da beziehen sich ein paar auf Supplements und da wird gefragt, wann das Isolat denn kommt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angetönt, ist immer noch nicht da. Also beim Isolat, da muss ich so ein bisschen jetzt auch Schuld auf mich nehmen. Denn, kurz zur Erklärung, wir lassen für Isolat ja Beutel erstellen. Die Beutel mit den guten Verschlüssen, da bekommen wir immer sehr, sehr viel Lob, dass die Qualität so gut ist von den Beuteln. Und da habe ich so die E-Mail relativ spät gesehen, um die Proofs, also die Druckdatei freizugeben. Jetzt nicht sechs Wochen, aber auch nicht nur einen Tag. Wobei, da ist dann Simon eingesprungen und der hat es dann, der hat dann interveniert. Aber ja, wir warten jetzt eigentlich auf die Beutel, bis sie kommen. Und wenn dann die Beutel kommen, dann geht es schnell. Also diesen Sommer wird es noch Isolat geben. Ich hoffe, da nehme ich jetzt den Mund nicht zu voll. Wann ist Sommerende? Im September? Ich glaube ja, also das ist schon noch ein Stückchen. Also bis dahin kriegen wir es hin. Wird es direkt in drei Geschmacksrichtungen geben. In den Topsellern können sich wahrscheinlich die meisten denken. Und wahrscheinlich wird es dann auch so sein, wenn das Isolat, also die Isolatbeutel und das Verum Whey Concentrat, die neue Geschmacksrichtung, die Beutel, die werden meines Wissens nach gleichzeitig kommen. Und dann wird es auch da etwas Neues geben. Ich glaube, wir haben es schon gesagt, welche Geschmacksrichtung das sein wird, die neue. Wir hatten, glaube ich, was gesagt. Es wird nussig, haben wir gesagt. Okay, ja. Vielleicht kann ich da noch so viel dazu sagen. Also das ist so, der Geschmack, der ist echt schon lange fertig. Also schon über ein Jahr, eineinhalb Jahre ungefähr. Und wir hätten das eigentlich auch schon direkt mit releasen können. Aber wir haben einfach gesagt, ey, ein bisschen slow down. Wir setzen erst mal so auf andere Geschmäcker. Aber das ist schon richtig, richtig gut. Also selbst wenn man, aber wir haben wieder das Problem, wie wir es ganz oft haben. Die Leute, die sind beschissene Geschmäcker gewöhnt. Und deswegen sind sie so zögerlich. Das ist beim Bananenmilch auch so. Und ich könnte es mir vorstellen, dass das auch so ist. Weil ich weiß es ganz genau, wie viele Punkt, 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 Nussways ich schon probiert habe, die dann immer so synthetisch gespeckt haben. Ich kann es voll verstehen, wenn man zögert. Deswegen, um der Sache auch Herr zu werden, haben wir jetzt geprüft, ob wir Samples machen können. Und wir können Samples machen beim Whey. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, bei welchen Geschmacksrichtungen. Aber ja, wir werden jetzt auf jeden Fall auch gucken, dass wir Samples an den Start bekommen. Das wird jetzt aber noch relativ lange dauern. Aber wir sind hinterher. Weil ich kann, wie gesagt, ich kann euch verstehen, ihr seid da nicht unbedingt, nicht verwöhnt. Und seid da, wie sagt man, gebrannte Kinder. Du hast sie erzogen. Ja, es ist ja auch ihre Erfahrungswerte. Ja, wenn die jetzt von XY einen Bananen-Way kaufen und das nicht schmeckt, kann ich ja nichts dafür. Ja. Ich sipp hier mal so an meinem Getränk und läute damit die nächste Frage ein. Sind Energydrinks geplant? Noch nicht, nee. Also bei Energydrinks, das ist halt schon mit einem sehr hohen Investitionsaufwand verbunden. Und wir, also ich habe jetzt hier extra, ja, unser Projektmanagement-Tool offen, damit ich mal so richtige Insights hier rausfeuern kann. Und das ist einfach, also allein, wenn ich hier sehe vom Flavorpulver, wie viele Geschmacksrichtungen schon fertig sind, wie viele jetzt noch in der zweiten Entwicklungsstufe sind. Clearway haben wir, äh, der, ähm, der Booster für die kognitiven Fähigkeiten, da sind wir auch dran. Also das ist halt echt veganes Protein, ganz vergessen. Dann unser zweites Flavorpulver, was so gar keiner hat, was so richtig cool wird. Also da ist jetzt schon so viel in der Pipeline und die Party, die muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Wann wollt ihr euch ans Thema, ja, Proteinbrige wollte ich ansprechen noch, aber kannst schon mal im Hinterkopf ein bisschen. Ja, kurz zu den Energydrinks. Wir sind ja eine reine Direct-to-Consumer-Marke. Also wir verkaufen null über Händler, werden wir auch nicht. Ist nicht geplant, man soll niemals nie sagen, aber aktuell kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Und jetzt muss man sagen, Energydrinks, das ist halt schon eher was für ein LEH, also Lebensmitteleinzelhandel. Ich habe mir jetzt in meinem Leben echt nicht oft Energydrinks online bestellt. Vielleicht irgendwie mal ein, zwei Dosen mit, wenn ich irgendwo gekauft habe. Und so wird es, glaube ich, bei vielen sein. Also klar, über Durst-Express oder so bestelle ich Getränke, aber ... Ja, oder wenn du mal so eine Riesenaktion hast bei Amazon oder so, wo die Monsterdose dann 50 Cent kostet. Ja, genau. Ja, aber wenn es jetzt eben, ja, nicht irgendwie ein besonderer Anlass ist, dann werden mir die meisten recht geben, dass sie jetzt nicht extra Energydrinks online bestellen. Ist auch immer so ein bisschen doof, weil dann der DHL-Fahrer hat wieder keinen Bock, lässt das Paket irgendwo liegen. Dann müsst ihr da hin, ist super schwer. Also kenne ich auch, habe ich auch keinen Bock drauf. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Produkte, die wir direkt zu euch liefern können, wo die Wahrscheinlichkeit einfach auch hoch ist, dass die bei euch gut ankommen. Riegel hast du jetzt ja auch genannt, ist auch so ein Thema, wo jetzt kann ich sagen, da arbeiten wir nicht dran. Habe ich zwar Bock und das wird bestimmt auch mal kommen, aber aktuell nicht. Das sind ja zwei Kryptonite, kann man das so sagen? Zwei Kryptonite von dir. Energydrinks und Riegel. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Also die stehen auf jeden Fall auf meiner Liste und ja, ich glaube, wenn Energydrink eigener Proteinriegel am Start ist, dann ist schon wirklich, dann habe ich so, dann kann ich sterben. Ja, dann habe ich im Leben alles erreicht. Aber ja, das wird noch dauern. Also werde ich noch eine Weile am Start bleiben. Welche Produkte habt ihr eigentlich vorher konsumiert? Beziehungsweise welche Produkte von anderen Herstellern feiert ihr immer noch? Ist so eine Frage, die da ganz gut passt, glaube ich, die gestellt wurde. Ja, also zu denen, die ich mal genommen habe, das ist so, also ich habe ja alleine schon um die 200 Booster, glaube ich, getrunken in meinem Leben. Also verschiedene, natürlich unzählige Ways. Also jede relevante Marke habe ich natürlich schon relativ viel probiert. Aber jetzt tue ich unsere eigenen Produkte. Also alles, was wir selber haben, nutze ich nicht von anderen. Und mittlerweile nutze ich eigentlich auch nichts mehr, wenn es um Gesundheit geht von anderen Herstellern, weil ich mir dann oftmals denke, ja, okay, wir haben jetzt vielleicht Substanz X, Y nicht. Aber wenn ich es irgendwo anders kaufe, dann weiß ich wieder nicht, ist drin, was draufsteht. Und da bin ich einfach mittlerweile schon so geschädigt, dass ich dann mir denke, ja, dann lasse ich es. Zumal wir jetzt einfach auch schon echt, also da sind jetzt schon viele geile Sachen dabei, ja, mit dem Ashwagandha im Re-Adapt-Stack und im Somnia. Somnia sowieso an sich. Way haben wir, guten Booster haben wir, guten Pump-Booster haben wir, was zum Schlafen haben wir, Omegas haben wir, Multi-Backup haben wir. Also ich brauche jetzt auch gar nicht irgendwie noch so viel mehr. Natürlich, keine Ahnung, Gelenksupport oder so, das ist schon alles gut und wird auch alles kommen. Aber die Basics, die haben wir jetzt ja. Daher bleiben eigentlich jetzt nur noch Riegel und Energydrinks, die ich von anderen Herstellern nutze. Bei Energydrinks kann ich eigentlich so grundlegend sagen, also die billigen Energydrinks, die finde ich immer nicht so gut. Und die deutschen Hersteller im LEH, also zum Beispiel Lidl Energydrink oder wer hat noch so eine Eigenmarke, wahrscheinlich alle, Rossmann etc., das ist jetzt schon gar nicht so schlecht, ja. Aber es kommt halt dann doch nicht an so ein Monster ran, als Beispiel. Hier in Dubai gibt es oft den C4 als Energydrink. Der schmeckt echt gut, was ja nur super ätzend ist. Die hauen da irgendwie so, keine Ahnung, ein halbes Gramm Beta-Alanin rein. Also so vollkommener Nonsens. Und ich fasste ja immer bis zum frühen Nachmittag. Und wenn ich das dann vormittags trinke, dann hast du so ein Beta-Alanin-Kribbeln. Weil du hast, also ich nehme unseren Crea-Beta-Sack immer vor dem Pennen, aber ich habe davor gegessen. Und dann habe ich gar, also ich habe mittlerweile dann gar kein Kribbeln mehr. Aber wenn ich jetzt natürlich im gefasteten Zustand diesen C4 trinke, das merke ich dann schon. Das Kribbeln finde ich vollkommen unnötig, zumal es halt auch aufgrund der Minidosierung gar keinen Sinn macht. Ja, also Energydrinks von anderen Herstellern, gute Energydrinks und Riegel natürlich auch von anderen. Oder mal so Protein-Chips, so diese Protein-Snacks, kann man eigentlich so zusammenfassen. Und wie ist es bei dir? Energydrinks, eigentlich so alles querbeet. Was ich nicht mehr mag, ist dieser Energydrink-Geschmack, den man halt jetzt so kennt von Red Bull. Also wenn, dann schon eher direkt ein Red Bull, ja. Aber das, was du auch ansprichst. Genau, was du so ansprichst, dieses Aldi, Lidl, Penny, Big Pump, was man da früher immer gesoffen hat oder irgendwas. Das schmeckt halt irgendwie nicht. Also ich habe jetzt hier einen Monster White, den finde ich immer noch am coolsten irgendwo. Was ich mag, sind die Rockstar mit so Fruchtzusatz ein bisschen. Da gibt es einen, der ist so Pineapple-Guave, das finde ich echt geil. Den findet man aber so ganz selten nur noch bei uns hier. Und ansonsten eigentlich alles. Ich finde jetzt auch die Reign nicht scheiße. Die schmecken gut. Da ist halt wieder auch dasselbe. Es sind so Kack-BCAAs drin, die kein Schwein braucht. Aber schmecken tun die gut. Schmecken tun die gut, finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, also für mich ist auch immer noch Monster ganz klar das Maß aller Dinge. Übrigens, weil du gerade den Weißen gezeigt hast. Ich werde oft gefragt von More Nutrition. Also ich habe gesehen, die haben neue. Zu denen kann ich nichts sagen. Diesen weißen Energy Drink von More finde ich aber, also es ist gar nicht meins. Der schmeckt für mich, wie wenn ich ein Monster nehme und ein halbes Glas fülle und dann Wasser. Also es ist gar nicht meins. Und damit jetzt nicht die Leute hier, jetzt basht ja die. Nein, zum Beispiel ESN, der Riegel, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also der ist, glaube ich, aktuell so das Maß aller Dinge. Und ihr wisst ja, ESN und More, auch wenn der ein oder andere es vielleicht nicht weiß, aber die sind ja jetzt eins. Und ja, also ESN, ganz klar mit den Riegeln, da haben sie echt gut einen vorgelegt. Also damit müssen wir uns dann auch messen lassen, muss man ganz klar sagen. Ja. Gibt es in Dubai eigentlich so Energy Drinks, die es hier nicht gibt? Also was es jetzt hier ganz neu gibt, das habe ich dir ja geschickt, war der Monster Zero in Türkis. Der schmeckt nach Mango und der ist auch echt richtig, richtig geil. Aber ich weiß nicht, in Amerika damals gab es ja diesen hellblauen, der war auch gut. Das gibt es jetzt in Deutschland auch so vereinzelt. Gibt es in Dubai irgendwas, was es hier nicht gibt? C4 haben wir auch im Rewe stehen beispielsweise. Okay, das hatte ich jetzt in Deutschland nicht gesehen, aber, beziehungsweise ich habe es schon gesehen, aber nicht im LEH, sondern eher in den Pumper-Shops. Die haben ja dann oftmals nochmal aus Amerika die importierten Energy Drinks. Hier gibt es so, ja, Marken, die mir jetzt nichts sagen, aber man muss hier immer aufpassen. Hier ist halt super international, ja, aus aller Welt und aus aller Welt kommen auch Produkte her. Und dann ist es so, du bist hier in irgendeinem Mall und dann steht so eine Megaschlange vor einem Store und du denkst dir, was ist das bitte für eine Marke, ja, aber die ist halt dann in Asien der Shit oder in Skandinavien. Aber du als Deutscher weiß es halt nicht, weil diese Marke ist eigentlich nur in dieser Region super heiß und hat eben zum Beispiel in der Dubai Mall einen Store und die Menschen, die eben aus der Region kommen, die feiern das dann voll. Und dementsprechend, hier gibt es jetzt auch Energy Drinks, die ich nicht kenne. Hier gibt es nicht so viele Energy Drinks ohne Zucker. Die, die es bisher gab, also außer jetzt so zum Beispiel C4, ansonsten waren das einige so, die haben geschmeckt wie so ein Lidl Energy Drink oder so ein Rossmann und fand ich jetzt nicht gut. Also da entgeht einem jetzt nichts. Grundsätzlich muss man sagen, hier gibt es weniger Light Getränke als in Deutschland. Was es hier mehr gibt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es wirklich mehr ist, aber andere sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gute Eissorten, also die, die schon mal in Dubai waren oder die vorhaben, nach Dubai zu reisen, guckt nach dem Brooklyn Ice, das ist wirklich das beste Low-Calorie-Eiss, was ich bisher gegessen habe, unfassbare Cremigkeit. London Diary, auch sehr, sehr gut. Ja, und hier gibt es dann aber auch teilweise, also Halo Top, dieses Triple P, ich weiß gar nicht genau, wie die Marke heißt. Also hier hat es auch viele Nahrungsmittel immer aus Deutschland. Ja, also Low-Calorie-Eiss, das gibt es hier auch. Ja, mit Eis kommst du schon in die Richtung, was ich jetzt als nächstes fragen werde. Warte noch, also Energy Drinks, Riegel und ein eigenes Eis, das fände ich auch noch richtig geil. Ja gut, das ist halt so Next Level. Also, ja, insgesamt so Lebensmittel an sich, das ist so perspektivisch das, was mich auf jeden Fall reizen würde, weil ich esse ja auch gerne Süßes oder salzige Snacks und die müssen ja nicht immer, muss ja nicht immer so eine Kalorienbombe sein. Und zum Beispiel die salzigen Snacks, die sind dann oft aus Soja. Und das ist dann auch immer nicht, also ich meine, vielleicht ist es Placebo, aber wenn ich so, diese Protein-Chips sind ja meistens in so kleinen Packungen. Deswegen esse ich dann meistens so zwei oder auch drei. Ja, und dann, gut, dann bist du auch nur bei um die 100 Gramm. Ja, das ist nicht mehr wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich 90. Ja, ist jetzt nicht unfassbar krass, ja. Aber ich meine schon am nächsten Tag zu merken, das ist dann immer ein bisschen im Gesicht. Schießt das Estrogen hoch, meinst du? Ich meine wirklich jetzt zu merken, aber vielleicht ist es auch Placebo und vielleicht ist es auch nur das viele Salz, also ich weiß es nicht. Ja, aber das so, wir müssen ja, wir wollen ja mit Gannikus langfristig am Start sein und auch international, perspektivisch. Also ihr hört jetzt so die Big, Big, die Big Moves, die wir vorhaben, auf die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall auch Lebensmittel und richtige Getränke. Das wäre schon so das Next Level. Und wenn ich mir jetzt überlege, was wir bei Pulver- und Kapselprodukten hinbekommen haben, wo wir ja wirklich das Maß aller Dinge sind, wenn wir das dann auch noch in dem Bereich schaffen, das dann stark. Jetzt waren wir bei Eis und in Eisesmilch, außer man isst jetzt wieder so ein veganes Eis, was von vielen, von wirklich vielen gefragt wird. Jetzt fragen mich die Leute sogar privat, was sagst du denn zum Rohstoffpreis, der ja beim Whey erhöht wurde und passen wir auch die Preise an? Weil da geistert ja jetzt gerade so ganz, ganz viel rum. Der erhöht so viel, der erhöht so viel. Das ist ja gerade der Weltuntergang, hat man so das Gefühl bei manchen Herstellern. Was kannst du dazu sagen? Also grundsätzlich ist so, nicht nur beim Whey-Protein, sondern allgemein die Rohstoffpreise, die steigen. Also bei sehr vielen Substanzen ist das so. Und natürlich trifft das auch uns. Allerdings, auch wenn wir jetzt so die Rookies sind, war mir jetzt schon immer klar, dass die Rohstoffpreise halt, das ist volatil, ja, das ist nicht so, wie es jetzt irgendwie im Juli 2021 ist, muss es in einem Jahr nicht mehr sein. Es ist jetzt unwahrscheinlich, dass die Preise sich um 300% nach oben oder unten verändern, aber dass du so gewisse Schwankungen hast, die auch mal ein bisschen heftiger sein können, das ist normal, das ist überall so. Und dementsprechend, wenn jetzt eben Firmen immer so superknapp das Ganze kalkulieren, es ist halt schwierig. Man muss auch dazu sagen, es gibt auch relativ viele Firmen, die nicht zwingend mit, also die wollen erstmal gar nicht Geld verdienen, sondern nur wachsen. Die wollen Kunden gewinnen, die wollen wachsen. So, und beispielsweise MyProtein hat das lange gemacht. Also ich kann euch sagen, ihr werdet bei MyProtein sehr, 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 sehr lange keinen Way mehr zu Preisen bekommen, wie ihr das vor drei Jahren oder so 2016, 17, wo dann irgendwie, da haben wir ja auch immer die Deals gemacht, dann gab es ja einen Impact-Way für 9 Euro, 8 Euro, 7 Euro, definitiv niemals. Ja, also das ist jetzt, das, was ich jetzt genannt habe, das ist unter dem Einkaufspreis des Rohstoffes. Das wird es nicht mehr geben. Also der, die wenigsten sind jetzt beim Einkauf vom Way einstellig. Eine einstellige Zahl, die aller, aller, allerwenigsten mittlerweile. Mit Packungen, Abfüllen etc. werden die meisten jetzt zweistellig sein. Dementsprechend werden die Preise nicht, also die werden jetzt lange Zeit nicht mehr so, wie sie vor einigen Jahren waren. Wir haben ja immer gesagt, wir lassen das mit den Codes, um einfach den Kunden langfristig faire Preise anzubieten. Ich finde das mit den Codes auch immer so ein bisschen bescheuert, weil du musst immer hoffen, dass der Kunde so doof ist und kein Code einlöst. Finde ich irgendwie eine komische Mentalität so. Dementsprechend haben wir die Preise so gemacht, wie ich es immer sage, wir sind nirgendwo die günstigsten, wir sind aber auch nirgendwo die teuersten. Vor allem gemessen an dem, was man bekommt. Ja, wenn ihr mal die Inhaltsstoffe euch anguckt und das mit Marktbegleitern vergleicht, dann bekommt man meistens bei uns schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Andere Hersteller haben vielleicht einen etwas niedrigeren Preis teilweise, aber dafür hat halt der Booster nicht irgendwie 21 Inhaltsstoffe, sondern 10. Ja, dann ist klar, den kann man dann auch für 34,90 verkaufen oder noch weniger. Das ist ja die Hälfte von einem Galenicus. Könnten wir auch machen, Hälfte raus von einem Galenicus, dann kannst du ihn auch nicht für die Hälfte, aber schon für ein bisschen weniger verkaufen. Ja, dementsprechend, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also wir haben auch die Preiserhöhung, unter anderem beim Whey, aber auch bei anderen Produkten. Wir werden jetzt diese Preiserhöhung aber nicht an den Kunden weitergeben. Also für euch bleibt alles gleich. Wir haben die 19,90 für ein Kilo und das wird auch erstmal so bleiben. Da haben wir auch einen gewissen Vorteil, weil wir eben mit einer Firma zusammenarbeiten, die direkt an die Rohmilch, die in Anführungszeichen produzieren das. Oh, also mit einer Molkerei gemeinsam. So, und dementsprechend haben wir da einfach, ja, gewisse Vorteile, die andere jetzt nicht haben, die das dann auf dem Weltmarkt einkaufen, den Rohstoff. Bei uns ist es so, deswegen steht es jetzt auch zum Beispiel bei den neuen Werbebannern zum Verum Whey, 100% Rohmilch aus Deutschland. Also bei uns ist alles aus Deutschland und nicht irgendwie aus Neuseeland etc., sondern der Rohmilchanteil, der kommt aus Deutschland. Und da haben wir dann vielleicht so ein paar Vorteile, aber klar, bei jetzt Somnia, Galenicus etc., wo wir uns auf dem Weltmarkt bedienen müssen, weil zum Beispiel einen Kanais-Extrakt kriegst du halt nur aus Südafrika. Du kannst ihn nirgendwo anders kaufen, vielleicht irgendwo in China, dann ist nur die Frage, ist drin, was draufsteht in dem Fall. Wobei da, also wir haben auch Rohstoffe, die aus China kommen. Ja, das hat jeder, weil es gar nicht anders geht. Aber gerade das Kanais ist so ein bisschen speziell. Ja, dementsprechend, also wir werden weiter den Kurs so fahren, wie wir das bisher ja auch gemacht haben. Ist das dann wirklich reell, was da viele Hersteller gerade sagen? Es kommt ja von vielen Seiten, es ist ja nicht nur einer, es sind ja mehrere, die dann wirklich schon so den Teufel an die Wand malen und sich da schon so halb entschuldigen. Sie können das nicht anders machen. Man muss das jetzt in der Form auf den Kunden abwälzen. Jetzt sagst du, muss man nicht unbedingt. Klar, muss man auch nie. Jetzt haben wir einen gewissen Vorteil im Gegensatz zur Konkurrenz, würde ich sagen. Aber ist das wirklich so ein großes Problem, wie es jetzt gerade dargestellt wird? Also es gibt Hersteller, die müssen teilweise, da kostet das Protein im Einkauf jetzt drei Euro ungefähr mehr. Und das ist schon viel. Und vor allem, wenn die dann eben die ganze Zeit auch mit Rabattcodes arbeiten, die dann ja meistens so zwischen 10 und 30 Prozent dauerhaft geben. Und wenn dann nochmal drei Prozent abgezogen werden, das ist schon viel. Also da tauschst du Geld. Da verdienst du kein Geld mehr. Dementsprechend, ja, ich kann es schon verstehen, warum das so ist. Also ich glaube, da haben viele einfach nicht so vorausschauend agiert bei der Preiskalkulation. Problem ist natürlich, dass diese Firmen sich ihre Kunden versaut haben, weil es ist immer doof, wenn du den Preis anheben musst. Vor allem hatten wir jetzt vorher auch besprochen, hier die eine Marke, wo um vier Euro irgendwas der Preis nach oben ist. Das ist natürlich schon, das fällt dem Kunden schon auf. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt Eis, jetzt hast du gesagt Energy Drink, jetzt hast du gesagt Proteinriegel. Hier hat jemand gefragt, ich habe das hier auf dem Zettel, weil ich das so als Abschluss vom Supplement Update nehmen wollte. Gibt es noch ein Produkt, das du nie realisieren konntest bisher, beziehungsweise eine Art von Produkt? Und würdest du es irgendwann in der Zukunft gerne realisieren, wenn es möglich wird, abseits von diesen drei genannten Sachen? Also irgendwas, was du wirklich so gern konsumieren würdest noch, was wir jetzt nicht haben? Und was vielleicht auch gar nicht in Planung ist aktuell, weil es vielleicht auch nischig ist? Ja. Also natürlich gerade so bei Lebensmitteln, das ist ja ein Fass ohne Boden. Da gibt es natürlich vieles. Was jetzt Supplements angeht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, wir hatten mal eine Formel für ein richtig gutes Gelenksupplement. Das hätten wir aber am Ende für irgendwie 70, 80 Euro verkaufen müssen, weil das uns im Einkauf schon 40 Euro oder so gekostet hätte. Und das sind dann natürlich Sachen, wo du denkst, Mensch, schade. Also ihr könnt euch eines sicher sein, unsere Formeln, die schon oft sehr exotisch sind, das kostet immer richtig Geld. Weil seltene Rohstoffe, beziehungsweise Rohstoffe, die am Markt einfach weniger verwenden, die kosten immer mehr. Es sei denn, es sind Rohstoffe, die so viele verwenden und wenn dann eine gewisse Knappheit am Markt entsteht, dann steigen auch die Preise. Also dann kostet es auch viel Geld. Wie jetzt zum Beispiel beim Whey Protein. Weil eben, das fängt an, in China gab es, glaube ich, eine Schweinekrippe, dann wurden ganz viele Schweine geschlachtet. So, jetzt fängt China wieder an mit der Aufzucht von den Schweinen. So, die kriegen dann eben auch teilweise Milchprodukte in ihr Futter rein, etc. Also es ist so, weltweit hängt das zusammen, wie sich da die Preise entwickeln. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich passiert. Also, ja, wer da auch im Lebensmittelbereich arbeitet, der wird das bestätigen. Da kann sein, in Indien passiert irgendwas und deswegen steigen auf dem Weltmarkt eben die Preise. Und, ja, so ist das bei uns eben auch. Hast du in Bezug auf Subs noch was zu ergänzen? Sonst würde ich langsam unser heutiges Main-Topic einleiten. Aber ich will immer nicht zu früh das anfangen, weil dann fällt dir immer noch was ein. Du hast da gerade dein Projektheft hier offen und ich sehe schon, du schielst wieder da drauf. Ja, also was ich ja schon angesprochen habe, veganes Protein. Das werden wir Ende Juli, also ich werde jetzt in ein, zwei Wochen wieder nach Deutschland und dann werden wir wieder ins Technikum gehen und, ja, wieder die Produkte direkt dort entwickeln. Übrigens, Danny, fällt mir gerade ein, ja, hier live vor Kamera kann ich jetzt mal sagen, wenn ich wieder da bin, dann kannst du eigentlich auch wieder mitkommen. Kannst mal mitkommen ins Technikum, damit du nicht nur immer die Proben zu schmecken bekommst, sondern jetzt auch mal damit mittüfteln kannst. Dass ich auch mal sagen kann, ich habe da am Geschmack so wirklich mit der Haube auf dem Kopf und dem Bartschutz da irgendwelche Dinge gemacht eventuell. Ja, ja. Vielleicht gelingt dir ein Lucky Punch von einem neuen Top-Seller. Ja, wer weiß, Ideen habe ich. Also ihr habt es vorhin gehört, mein Rockstar Pineapple Guave, den habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf, was irgendwelches Subnamen-Geschmack angeht. Also da kann ich vielleicht auch so aus dem Nähkästchen plaudern. Man muss natürlich schon auch immer gucken im Team. Es gibt immer sehr flippige Geschmacksrichtungen, aber jetzt irgendwie Pistazie, Kürbiskern, Maracuja-Way, das ist halt wahrscheinlich nicht das neue Butterkeks. Und da muss ich echt oft den Spielverderber spielen und sagen so, ey, ihr seid zwar kreativ, aber wir sind auch innovativ, aber es muss halt in so einem Rahmen bleiben. Was steht noch auf deinem Zettelchen drauf? Clearway hatten wir schon gesprochen, da sind wir gerade in der Entwicklung. Da waren wir jetzt mit dem letzten Rohstoff nicht so zufrieden. Der hat so ein bisschen, ja, hat einen zu starken Eigengeschmack gehabt. Was haben wir hier noch? Mal, um mal so direkt hier das vorzulesen. Flavorpulver, Salted Caramel, Verbesserung durch Karamellpulver. Also da muss noch mehr Karamellpulver rein. Was ich vielleicht sagen kann, das ist ein gutes Thema. Wir sind gerade ja am Flavorpulver dran und ich habe gesagt, Freunde, wir müssen richtig fette Stückchen reinmachen. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich da jetzt immer den, nicht Sklaventreiber, aber die hassen mich schon, ja, weil die immer, ja, aber die Maschine und das Mischverhältnis und bla, und wenn dann jemand einen Scoop nimmt, dann sind da nur so und so viel Prozent Pulver. Ich so, egal, ich will fette Stückchen drin haben. Also das, wenn wir das dann geschafft haben, das war auf jeden Fall auch so ein bisschen eine schwere Geburt. Es ist auch schwer, dann geile Stückchen herzubekommen. Das ist gar nicht immer so einfach, aber, ja, da hassen mich, hasst mich sicher der ein oder andere, aber es geht um geile Produkte am Ende des Tages. Ja, ich glaube, das war jetzt schon so ein ganz guter Ausdruck Ich muss auch nicht alles erzählen. Ja, vor allem, es dauert sowieso immer länger, als einem lieb ist und nicht, dass jetzt hier, ja, die Leute uns permanent fragen, ey, wann kommt jetzt endlich Flavorpulver XY? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in Richtung Main Topic, oder? Mhm. Wir wollen heute nämlich über was sprechen, was eventuell einige sich denken, aber dann doch nicht laut sagen, wenn sie es überhaupt denken, ich weiß es nicht. Es soll auf jeden Fall um die Frage gehen, wie Bodybuilder ihr Geld verdienen, und da werden wir eventuell auch einen etwas größeren Bogen schlagen noch, weil da gab es so ein Ereignis, was da die letzten Tage stattgefunden hat, wir haben auch einen Artikel drüber geschrieben, da hat ein sehr junger Bodybuilder seine Karriere beendet, da wird es aber dann später nochmal drum gehen. Der Großteil wird sich ja denken, wenn es ums Thema Geld geht, da kommt halt massig Kohle rein über den Sponsor und die Firmen schmeißen da allen Athleten das Geld nur so hinterher. Das hat sich aber, glaube ich, schon deutlich verändert. Wir müssen eventuell mal vorne anfangen, weil nicht jeder Athlet hat immer, beziehungsweise dauerhaft einen Sponsor. Was muss man denn heute verkörpern, wenn du das so analysieren müsstest, und was muss man machen, um gesponsorter Athlet zu werden oder zu sein? Die Zeiten, in denen jeder mit dem dicken Arm fürs Nichtsmachen bezahlt wird, die sind ja langsam auch vorbei, selbst mit ProCard. Ja, definitiv. Also vielleicht, wenn man da mal anfängt. Früher war es so, wenn du ein Profi geworden bist, dann hast du ein Sponsoring bekommen und davon konntest du leben. Also da hast du dann schon so ein Sponsoring bekommen, 4, 5, 6, 7.000 Dollar im Monat. Jetzt ist es so, je nachdem, wo du dann gemeldet bist, in Deutschland hast du dann damit nicht so viel Spaß, weil als Einzelunternehmer geht ungefähr die Hälfte der Kohle weg. Aber wenn du jetzt in den USA im richtigen Staat lebst oder dort gemeldet bist, beispielsweise Florida ist sehr, sehr dankbar, was so Einkommenssteuer angeht, weil die gibt es da nicht. Als Beispiel, ich glaube, Las Vegas ist auch super niedrig, 5 oder 7 Prozent. Da kommen einem als Deutscher die Tränen in die Augen. Und dann kannst du da natürlich schon sehr gut davon leben. Also wenn du 5.000 verdienst plus die Profis, also alleine durch Sponsoring, dann haben ja die Profis meistens Gastauftritte gehabt. Dann hatten sie vielleicht auch mal einen Klamottensponsor, wo es dann auch nochmal so ein paar tausend Dollar, also immer wenn ich so von ein paar tausend spreche, meine ich so ein bis drei. Das ist ungefähr ein paar tausend Dollar. Und so viel gab es dann auch ungefähr für einen Gastauftritt. Dann gab es auch mal ein Preisgeld, wenn man sehr erfolgreich war. Und so hat der Profi dann schon gut leben können. Und das hat funktioniert alleine durch seinen Profistatus. Das hat gereicht. Da war es egal, ob du jetzt irgendwie Follower gabst nicht. Es war egal, ob du jetzt so ein Schambolzen, ein Charmeur warst oder nicht. Du hast so ein gewisses solides Grundeinkommen, das hattest du. Natürlich, wenn du dann sehr, sehr beliebt warst, ein Flex Wheeler, auch ein Markus Röhl, die haben dann schon mehr verdient, weil es einfach Publikumslieblinge waren. Aber wenn du jetzt kein Publikumsliebling warst, dann, ich glaube, Heiko Kai, ich will jetzt nichts sagen, was er nicht öffentlich gesagt hat, aber ich glaube, er hat öffentlich mal gesagt, was er damals verdient hat. Ich glaube, ja. Da war er doch bei BSN. Oder MuscleTech. Er war auf jeden Fall bei einer größeren Marke. Er hatte auf einen amerikanischen Sponsor und Heiko Kalbach war jetzt nie ein mega bekannter Bodybuilder zu seiner aktiven Zeit. Nichtsdestotrotz, der konnte in den USA davon gut leben. So. Also er hat mehr als die paar Tausend Dollar bekommen. Phil Heath hat bei Ultimate Nutrition anscheinend eine Million im Jahr bekommen. Aber Phil Heath, da war er natürlich auf seinem Peak. Also so Athleten wie Phil Heath, Ronnie Coleman, Jay Cutler, die haben dann schon mehr als 5, 6, 7 Tausend Dollar im Monat bekommen. Deutlich mehr. Aber jetzt so ein nicht so namhafter Pro, der hat damit schon gut leben können. Oftmals ist es dann so gewesen, dass es auch nochmal Vergünstigungen gab. Dann wurde vielleicht ein Auto gestellt etc. Und dann ist es ja so, dass das ja auch praktisch wieder wie ein Verdienst ist. Denn wenn du den Wagen nicht gestellt bekommst, würdest du ja Geld dafür aufbringen, dass du einen Wagen fährst. So. Das Ganze hat sich jetzt aber in gerade, würde ich sagen, so den letzten 4, 5 Jahren schon sehr, sehr stark geändert. Du kannst mittlerweile ein Profi sein und trotzdem richtig, richtig broke und zum Beispiel auch nur so ein Sponsoring von 1.000 bis 2.000 Euro oder Dollar pro Monat bekommen. Warum? Heutzutage gibt es einfach viele andere Menschen, die vielleicht nicht so viele Muskeln haben wie du als Profi, die vielleicht auch gar nicht so sportlich erfolgreich sind, aber die einfach viele Menschen erreichen und bei diesen Menschen Spuren hinterlassen, Impact haben und eben ihre Kaufentscheidung beeinflussen können. Bestes Beispiel ist ein Fitness, Oskar. Wie lange ist es jetzt bei MyProtein schon? Sicher 3 Jahre? 3, 4 Jahre hätte ich jetzt gesagt, ja. Ja. Das ist jetzt weder der krasseste Bodybuilder noch sonst irgendwas, aber er hat halt eine gewisse Follower schafft, die er positiv beeinflusst, dass die dann am Ende des Tages bei MyProtein bestellen. Und das ist eben heutzutage viel, viel mehr wert als solche, als Titel im Bodybuilding. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Es gibt natürlich Ausnahmen, beispielsweise ein Chris Bumstead, der wird sehr gut verdienen bei seinem Supplement-Sponsor, der wird sehr gut verdienen bei seinem Klamotten-Sponsor, bei Gymshark, aber das ist ein Chris Bumstead, ist heutzutage schon die Ausnahme. Es gibt natürlich schon auch relativ viele Profis, die, sagen wir jetzt mal, 3.000 bis 6.000 Dollar oder 7.000 Dollar von einem Supplement-Sponsor bekommen und dann noch mal so 1.000 bis 5.000 Dollar vom Klamotten-Sponsor. Bei Bodybuilding-Klamotten ist es aber so, wenn du 5.000 Dollar pro Monat bekommst, dann bist du schon ganz oben. Also, wenn ihr jetzt an bekannte Bodybuilder denkt, die von, es gibt ja jetzt nicht so viele Bodybuilding-Marken, die für die Werbung gemacht haben oder Werbung machen, dann ist so diese 5K im Monat, das ist so schon, würde ich sagen, die Obergrenze und wenn ihr jetzt so an den krassesten Bodybuilder denkt, der so mit einer Klamotten-Marke zusammengearbeitet hat oder vielleicht noch zusammenarbeitet, ich weiß es gar nicht mehr, der bekommt oder hat die 5K bekommen. Wie schätzt du die Verärgerung einiger Athleten und teilweise ja sogar Profis ein, wenn so ein vermeintlich schlechterer Athlet, in dem Fall meistens normale Influencer, die vielleicht nicht mal Wettkämpfe machen, interessanter für Sponsoren werden als die besagten Hardcore-Bodybuilder. Ich glaube nämlich, die sind da schon recht pissig und ich habe auch das Gefühl, die verstehen das auch gar nicht so. Dann kann man das nicht so plausibel machen. Ja. Ich kann die Pros, die dicken Jungs schon verstehen. Es ist so ein bisschen wie mit Bikini-Klasse und Man's Open. Wir müssen jetzt nicht darüber streiten, dass ein Athlet Man's Open oder Männer 5 schon mehr geben muss, um so auszusehen, wie ein Bikini-Mädel, das irgendwie nach elf Monaten Training den ersten Wettkampf macht. die dann vielleicht auch ein bisschen eine gute Genetik hat und davor, keine Ahnung, Volleyball gespielt hat und schon immer sportlich war. Das gibt es natürlich schon so bei Bikini-Mädels. Man muss sagen, aber es ist dann wirklich bei denen, bei Figur hört es schon wieder auf, weil damit Frauen in der Figur-Klasse starten können, müssen sie schon echt Gas geben. Und jetzt nicht mal stofftechnisch, sondern trainingsernährungstechnisch. Es ist natürlich härter, ein Bodybuilder zu sein in der offenen Klasse, das ist so gar keine Frage. Umso mehr Muskeln, umso härter ist der Sport. Und ich kann schon verstehen, dass man als ambitionierter Athlet sagt, ey, ich definitiv, wir müssen nicht darüber sprechen, dass ich mehr Leistung bringe, also will ich auch mehr verdienen. Aber am Ende des Tages ist es halt schon auch so ein bisschen so, die Frage ist immer, was bringt deine Leistung anderem? Zum Beispiel der Firma. Es geht ja beim Sponsoring, das verstehen viele immer nicht, es geht nicht darum, Almosen zu verteilen. Es geht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also wenn ihr euch bei uns meldet und sagt, ey, ich will ins Garnicus Athletenteam, wir gucken uns alle an. Alles cool. Aber es geht nicht darum, Almosen zu verteilen, sondern eine Win-Win-Situation. Ihr müsst etwas mitbringen, dass wir sagen, okay, das ist cool, das ist auf Augenhöhe sind wir. Wir treffen uns hier auf Augenhöhe. Ich glaube, das verstehen viele oft nicht. Sie sagen dann, ich habe das doch verdient, aber die Frage ist, was hast du denn verdient? Also warum hast du das verdient? Nur weil du jetzt dicke Muskeln hast, ist die Welt noch für keinen besser geworden. So, und da muss man halt so ein bisschen gucken, dass man mehr Wert schafft als nur die Muskeln, sondern Menschen begeistern, bestes Beispiel Kai Greene. Ist Kai Greene der muskulöseste Athlet? Nee, also war zu einer Zeit lang natürlich schon so irgendwie Top 5 weltweit, gar keine Frage, aber Kai Greene war immer der Athlet, der halt am meisten Menschen begeistert hat. Und er begeistert die Menschen für den Sport. So, und dementsprechend ist er dann einfach auch mehr wert als jemand, der alleine vielleicht total krass ist, für sich gesehen, aber der keine anderen Menschen begeistert. Und Kai Greene ist so wirklich das beste Beispiel. Hier in Dubai super viele Inder, super viele Pakistaner, die einen auch super gerne ansprechen wegen Muskeln, weil die haben da eine mega Faszination dafür. Und immer wenn du mit denen quatschst, es fällt immer der Name Kai Greene. Kai Greene ist immer der Hero. So, und natürlich ist dann ein Kai Greene ein Athlet, der mehr verdienen kann, weil wenn er ein Produkt in die Kamera hält, werden eben mehr, ist die Wahrscheinlichkeit höher, sagen wir es so, dass Menschen sagen, ey, ich setze mich zumindest mal damit auseinander und vielleicht kaufe ich es auch. Und wenn das ein Athlet nicht gut hinbekommt, weil er eben so sehr Eigenbrötler ist, dann sind seine Verdienstchancen zumindest, was jetzt ein Supplement-Sponsoring angeht, schlechter. Man muss ganz klar dazu sagen, Supplement- und Klamotten-Sponsoring ist ja nicht das Einzige, was ein Athlet machen kann. Viele nutzen ja das dann am Ende, um sich zum Beispiel ein Gym aufzubauen. Viele nutzen das, um sich eine Karriere als Trainer aufzubauen. Wobei man auch dazu sagen muss, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, die meisten sind zu faul, dann immer noch Trainer zu sein. Ja, wir sind ja Bodybuilder. Ja. Und das sind dann so die Unterschiede. Am Ende, das, was den Unterschied macht, ist, kann die Person andere Menschen begeistern? Mhm. Unabhängig davon, ob jetzt ein Sponsor da ist oder nicht, gerade bei Wettkampfathleten läuft die Maschinerie ja weiter, sprich, gefressen und geballert werden muss. Trotzdem, wenn man es mal so auf den Punkt bringen möchte, kannst du das ungefähr beziffern, wie viel so ein Bodybuilder-Leben kostet? Da herrscht, glaube ich, auch ein relativ großer Irrglauben, was der ganze Spaß so kosten kann. Erdem Dür, kennt ihr ja alle, da hat er ja mal ein Video gemacht, wie viel man allein für Royals in der Vorbereitung ausgeben kann. Und am Ende kamen für die Preps so circa 4.500 Euro pro Monat raus. Sind das Zahlen, die du auch schon gehört hast? Essen und speziellere Subs waren da ja noch nicht mal mit inbegriffen. Ja, also ich bin selbst keiner, der das so gemacht hat. Aber natürlich viele Athleten kennengelernt, viele Zahlen. Und das ist jetzt schon so ein Feld, in dem man sich bewegen kann. Meistens ist so der teuerste Posten in der Rechnung, ist Wachs. Das ist immer das teuerste. Weil wenn dann eine Einheit so 2, 3 Euro pro Tag kostet, das ist halt viel. Und wenn man sich dann irgendwie 4 Einheiten aufwärts genehmigt, dann kann da jeder mal rechnen, was allein dafür schon ausgegeben wird. Und 4 Einheiten ist noch so, das ist gängig. Für den dicken Jungen sitzt nicht krass. Das ist ja auch einer der Gründe, also gerade durch den Eigenkonsum und den sehr, sehr hohen Eigenkonsum an Steroiden, warum eben sehr, sehr viele Bodybuilder dann auch immer in dieser, also sie sind schon in der Beschaffungskriminalität, das muss man ganz klar sagen, weil das Zeug kriegst du ja nicht im Edeka. Und sie sind dann natürlich auch immer in der Position, sie kommen ja ran, sie sind ja das beste Aushängeschild für den Stoff, weil sie werden ja auch angesprochen, ey, siehst ja krass aus, boah, gute Erfolge, bla, was nimmst du denn, bla, bla, bla. Und dann, ja, kannst du mir auch was besorgen? Und dann stellt sich der Bodybuilder natürlich die Frage, also vollkommen logisch, dass er sagt, hm, ich gebe dafür im Monat so und so viel aus, wenn ich jetzt einfach beim nächsten Mal, wenn ich bei meinem Dealer bin, zum Beispiel noch irgendwie ein bisschen Testo mehr mit nach Hause nehme und es dem Kollegen verkaufe verkaufe und dann ein bisschen was dran verdiene, dann hat mich mein Testo vielleicht schon gar nichts oder wenig gekostet. So, und dementsprechend auch hier, ich weiß gar nicht, ob das letztes Mal so gut ankam, aber von meinem Gefühl her war das so, als ob ich dir in die Augen geguckt hätte. Wenn du mehr in die Kamera reinkommst. Dem, 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 dem Zuschauer, ja. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, der Athlet XY, den ich so richtig gut finde, hatte der schon mal Ärger wegen Stoff mit der Polizei? Und ich meine jetzt den, den du richtig gut findest. Wo du sagst, ey, der ist doch, der ist doch nett. Das ist ja immer, wenn Leute nett sind, dann glauben die ja immer, dann stoppen die auch nicht. Das ist ein Heiliger. Ja, genau so. Der Nette, ja, der richtig Nette. 100 Prozent. Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, das ist so, Benni, mittlerweile, du kennst auch viele Storys. Da will immer nur keiner drüber reden. Da will immer nur keiner drüber reden. Ja, aber das ist, ich glaube, ich bin der Erste gewesen, der mal gesagt hat, ey, deswegen habe ich mal Ärger bekommen. Und noch nicht mal, weil ich so eine Nummer war, ja, sondern weil mich da einer verpfiffen hat. Oder hat schon mal ein anderer drüber gesprochen. Ja, Max Matzen halt. Aber das ist ja bekannt. Okay. Das ist ja sowieso immer bei allem relativ transparent, ja. Okay. Habt da schon geklingelt? Es hat aber auch bei allen anderen schon geklingelt. Ich weiß das. Das ist aber so. Habt ihr Tabus? Ja, also da sollten wir jetzt nicht unbedingt drüber reden, weil sonst klingelt es eventuell wieder. Ja, das ist dann immer das, wo die meisten dann nicht drüber sprechen wollen. Also ihr könnt euch sicher sein, dadurch, dass es geht halt schon auch viel um das Thema. Und wie ich es letztes Mal auch gesagt habe, niemand ist ein Ehrenmann. Wenn er mal bei der Kripo sitzt oder so, dann alle erzählen immer. So, und dementsprechend gibt es da immer die Kontakte. Und ach, das war auch schon damals so. Auch bei den Amis war es so. Ich meine, jetzt erst der Letzte, der, glaube ich, richtig hart verknackt wurde, war der Melvin Anthony. Die bisschen Älteren kennen den vielleicht noch. Wobei, da war es dann nicht nur Royds, sondern auch, ich glaube, Crack hat er dann auch noch verkauft. Ja, verdogen. Das ist dann natürlich sehr, sehr ungünstig. Aber ja, dadurch, dass Royds sehr, sehr viel Geld kosten, dadurch, dass die meisten Hardcore-Bodybuilder, werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt überlegt, wen ihr da so kennt, das sind jetzt nicht die, die jetzt da irgendwie noch drei Businesses nebenbei aufbauen. Geht auch gar nicht, weil du bist Profi-Bodybuilder. Da ist dein Fokus drauf. Ist dann sehr, sehr schwer noch irgendwie nebenbei eine Firma aufzubauen, in der es vielleicht womöglich noch um was ganz anderes geht. Also, mir fällt jetzt aktuell kein Profi ein, der jetzt ein super großes oder größeres Business am Laufen hat. Oder? Ist halt immer das Offensichtliche. Dann bringst du hier mal ein bisschen Merge und da mal alles, was halt so nebenher noch irgendwie so machbar ist. Genau, also Merge. Jetzt ist nichts Krasses. Der eine oder andere hat eine Supplement-Marke. Da muss man sagen, das ist vielleicht auch für viele interessant, das ist dann eigentlich so, das ist nicht ihre Marke unbedingt, sondern das ist vielmehr Lizenzgeschäft. Also, die geben ihren Namen her, damit die eine Supplement-Firma, ja, ein Lohnhersteller, wobei, nee, es muss gar nicht ein Lohnhersteller sein. Damit einfach eine andere Firma, die macht dann diese Marke. Also, ich glaube, Kevin Leroni kann man da jetzt mal nennen, der wird uns jetzt keine Abmahnung schicken. Das ist jetzt so gesehen, er macht das ja, bei ihm ist, glaube ich, noch offensichtlicher, weil er macht das mit FA Nutrition. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob das offiziell ist, aber ich weiß halt, das ist mit FA Nutrition. Viele Amis, die machen das dann mit Prometheus, das ist eine lindaländische Firma, die aber sehr, sehr groß ist im Supplement-Geschäft. Also, das ist dann meistens, wenn die Profis irgendwie eine eigene Marke haben, ist dann eher Lizenzgeschäft und jetzt nicht beispielsweise wie ESN oder MyProtein, dass es eine tatsächliche eigene Marke ist. Also, man muss schon alles in allem sagen, Profi-Bodybuilder, das wirst du echt nicht wegen der Kohle. Ich will nicht sagen, dass du da schlecht leben musst. Nee, es gibt Profi-Bodybuilder, die leben echt richtig gut und es gibt Profi-Bodybuilder eine ganze Menge, die leben so okay. Also, so beispielsweise ein Sean Roden ist sicherlich eher jemand, der so okay lebt, der jetzt natürlich durch seine Vergewaltigungsvorwürfe nicht unbedingt eine Personenmarke hat, die jetzt einen unfassbar hohen Wert hat. Im Gegensatz zu einem Chris Bumstead oder gerade auch die deutschen Athleten, Tim Budesheim, David Hoffmann, das sind schon sehr, sehr starke Personenmarken, die dann auch, das macht sich dann entsprechend beim Geldverdienen auch bemerkbar. Aber man muss eben als Profi-Bodybuilder schon wirklich selber hinterher sein. Man muss selber gucken, wie man seine Reichweite gut vermarkten kann. Es ist nicht wie im Fußball, dass es vollkommen ausreicht. Du bist in einem Verein und dann kriegst du eigentlich so ein All-Inclusive-Paket und nur wenn du jetzt noch ein extrem raffinierter Typ bist, machst du noch irgendwie ein, zwei Investments und verdienst noch mehr Geld. Als Profi musst du schon wirklich selber hinterher sein. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir hatten jetzt schon eine Summe genannt, was allein Royals kosten können, vor allem die Wachstumshormone. Egal, wie hoch die jetzt am Ende wirklich sind, du hast schon vieles vorweggenommen, man kommt da mit einem 40-Stunden-Bürojob nicht weit. Es gibt jetzt auch Coachings, du hast gesagt, man kann sich auch noch so bei zwei, drei anderen Sponsoren so ein bisschen verhuren, nenne ich es jetzt mal, und Widerstandsbänder vermarkten. Aber wir sind ja nicht da, um das Offensichtliche zu bereden. Jetzt hast du gesagt, man kann Royals verkaufen. Du hast auch schon Drogen genannt. Was jetzt meine Frage wäre, vielleicht passt das auch jetzt zu dem, was du sagen möchtest. Man kann eigentlich schon sagen, so ein Bodybuilder, der richtig am Start ist, der steht schon immer so mit einem halben Bein im Knast, oder? Also als Profi-Bodybuilder definitiv. Weil du hast ja immer das Problem, dass du selbst relativ starken Medikamentenmissbrauch begehst. Und die Mengen, die du zu Hause haben darfst, die sind ja super gering. Ich glaube, bei Testosteron, damit dir nichts passiert, darfst du irgendwie, wie viel? 625 Milligramm oder so. Also zweieinhalb Milliliter, drei Milliliter, sowas. Ja, so. Jetzt muss man sagen, alleine in der U-Lab-Testo-Flasche ist schon mehr drin, mit den zehn Millilitern. Und dementsprechend ist es natürlich so, wenn du schon mal Ärger hattest und du hast jetzt nur für dich, du bist auch nicht irgendwie da hart am Dealen oder sonst irgendwas, du hast einfach nur den Stuff, den du selber konsumierst. Meistens ist es so, also da wirst du mir recht geben, die wenigsten haben so ihre ganze Kur im Vorfeld schon zu Hause, sondern meistens ist es so, es wird eine gewisse Menge gekauft, das kostet ja auch Geld und dann wird dann eben, wenn das sich zu Ende neigt, nachgekauft oder es gibt natürlich auch sehr viele Chaoten, die dann sagen, ey, mein Testo ist leer, gib mal neues. Das gibt es natürlich auch. Aber was ich sagen will, es gibt ja eine, weißt du, wie die juristische Bezeichnung bedeutet, lautet, nicht signifikante Menge oder irgendwie so und die ist super, super, super klein. Also das ist wie, wenn du ein Kiffer in Baden-Württemberg bist, in Berlin darfst du 15 Gramm haben, ich glaube in Baden-Württemberg zwei oder so. Ja, ja. Und das ist halt so super wenig und bei Steroiden ist es genau dasselbe und daher ist es definitiv so, jemand, der alleine schon zwei Substanzen sich genehmigt und dann irgendwie vier Fläschchen, diese zehn Milliliter Fläschchen zu Hause hat, der riskiert schon etwas, je nachdem, wie die Vorgeschichte ist. Mhm. Ja. Sind wir da nicht auch wieder so ein bisschen im Thema Doppelmoral drin? Wir hatten es vorletztes Mal, glaube ich. Also sein scheinbar ein tolles Leben im Internet zur Schau zu stellen, ich bin Bodybuilder, guck mal, ich lebe davon und dafür quasi wieder einen Anreiz zu liefern, dass junge Leute dem nacheifern. Kaum einer stellt sich ja dahin, wie es jetzt beispielsweise in Erdem gemacht hat und sagt, guck mal, gesund ist es nicht, teurer ist es auch noch und wenn du Pech hast, bekommst du noch Ärger mit dem Start. Ja. Ja, aber ehrlich gesagt ist es nur ehrlich. Also das, was ein Erdem oder auch ein Max gesagt haben, das ist einfach nur ehrlich. Weil wie du sagst, es ist eine kriminelle Handlung, Medikamentenmissbrauch zu Dopingzwecken, auch wenn du kein Profi bist, ist in Deutschland eine Straftat. Muss man ganz klar sagen. Also alle Stoffe, ihr begeht einen Straftat. Vielleicht da mal noch, das klingt jetzt so super hart, in Schweden ist es noch härter. In Schweden ist es so, die gehen in Fitnessstudios, die Polizei, und wenn jemand nach Medikamentenmissbrauch aussieht, dann dürfen die den zu einem Test zwingen. Und dann kriegst du einen Straftat. Das ist krank. Das ist krank. Das ist okay. Real Talk. Das ist richtig, richtig krass. Also wenn du da dort nicht natural aussiehst, dann können die dich rausziehen. Du musst einen Test machen. Nicht in der Verkehrskontrolle, sondern die gehen in Fitnessstudios. Deswegen trainieren dort die richtig krasse Leute immer extrem früh oder extrem spät. Ja, ich habe ja auch mal geschaut, so nach schwedischen AFBB-Pros. Es gibt da tatsächlich nicht so viele. und wenn, habe ich gesehen, es gibt, glaube ich, den Samir Trudi, den kennen vielleicht einige. Ich glaube, der lebt nicht in Schweden. Aus Gründen. Also, wir wollen das hier jetzt gar nicht irgendwie bashen oder sonst irgendwas. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Jungs alle das räudigste Leben haben. Überhaupt nicht. Es liegt halt so sehr viel in der eigenen Hand. Es gibt ja viele, die bauen sich ein Gym auf, die haben ihre Coachings, die machen ihre Seminare. Da gibt es auch einige Kandidaten, wenn die samstags irgendwo hingehen und ein Seminar machen, dann ist das schon vierstellig, die Vergütung. So, und wenn du das dann hast, dann hast du noch dein Supplement-Sponsoring, dann hast du vielleicht noch dein Klamotten-Sponsoring, hast vielleicht noch ein eigenes Merch, hast vielleicht ein eigenes Produkt bei einem Supplement-Hersteller, das gut läuft. Also, da kannst du schon auch gut verdienen, muss man ganz klar sagen. Aber, es kann auch sein, du bist Profi, du hast die Pro-Card, du bist einfach jemand, der Social-Media-Game null Beachtung schenkt und dann bist du in der Regel für Sponsoren nicht so relevant. Ich glaube, eine Ausnahme, die es immer noch gibt, ist Phil Heath. Der reißt sich jetzt bei Social-Media kein raus und ist trotzdem ich glaube, der kann immer noch ganz gut leben. Aber, ja, am Ende weiß man auch nicht, also ich weiß nicht, wie es bei dem aussieht. Gerade bei der jüngeren Garde ist ja der Traum, irgendwann mal Profi zu werden, gar nicht so unverbreitet. Es hört sich aber insgesamt jetzt nicht so erstrebenswert an für die meisten. Wenn ich es jetzt beurteilen müsste, mein Traum war es jetzt nie. Fehlt da den Menschen irgendwo doch zu krass die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen oder machen die verschiedenen Protagonisten zu viel fälschliche Werbung in eigener Sache und heben das so auf den Podest, auf das sie es nicht heben sollten. Ja, ich glaube, die meisten haben einfach Illusionen, die sich so nicht erfüllen werden und die meisten, also eigentlich wäre es gut, wenn wir jetzt mal hier, nehmen wir jetzt mal den Emya Omeragic. Guter Typ, also ich will den nicht angreifen oder sonst irgendwas. Er ist der Letzte, der eine Pro Card gewonnen hat, der letzte Deutsche, oder? Ja, der letzte Deutsche, männlicher Athlet auf jeden Fall, ja. Ja. Aber auch hier diese, dieses blonde Mädel, das als vor kurzem die Pro Card gewonnen hat. Ja, die war danach. Ich würde jetzt schätzen, bei beiden hat sich nichts geändert. Also vom Verdienst. Mhm. Kann, also kann gut sein, ja, gehe ich davon aus. Emya hat, Emya hat meines Wissens nach noch keinen Sponsor. Also wir hatten ja mal drüber gesprochen. Ich habe, Emya, falls du das hier siehst oder hörst, ich habe dir übrigens Beantworte die Nachricht, Emya. ja, also da geht es um das besagte Thema, ja. Und das war jetzt nach seinem, ähm, nach seiner, nachdem er Profi wurde, äh, habe ich es nochmal geguckt, ob er jetzt einen Sponsor hat. Äh, und, nee, hat er nicht. Ich schätze mal, er wird jetzt wahrscheinlich schon Angebote bekommen haben. Du wirst natürlich auf die Map so ein bisschen gepackt. Jetzt ist aber auch so ein bisschen die Frage, was packt dich am Ende auf die Map, dass du Profi wirst oder dass du dann zum Beispiel einen Garnicus-Artikel bekommst, einen Rap One-Artikel bekommst, vielleicht auch irgendwie eine Rap One-Videoreihe, etc. Ist es nicht vielleicht das, was sich dann auf die Map packt heutzutage? Und dann ist die Frage, ja gut, Rap One, die machen auch mal mit, ähm, Max Lang, der Gewichtheber. Ja. Als Beispiel, so, ja, ist kein IFBB Pro, ähm, äh, trotzdem hat er ein Supplement Sponsoring, ähm, warum? Weil Leute ihn kennen und ihn gut finden und sicherlich auch, weil er eben bei Team Andro Rap One als Beispiel gefeatured wurde, ohne dass er jetzt ein IFBB Pro ist. Gut, bei ihm muss man jetzt dazu sagen, der ist ein olympischer Gewichtheber, ja, da ist jetzt natürlich schon auch eine sportliche Leistung dahinter, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja, bei Rap One haben sicherlich einige Athleten eine Videoreihe, die jetzt noch keine Profis sind und die trotzdem, ähm, Sponsoring-Verträge haben. Mhm. Man muss auch bei Sponsoring, das kann halt so alles sein, ja, Sponsoring kann sein, ihr bekommt, äh, Produkte umsonst, aber wenn ihr auf dem Wettkampf fahrt, müsst ihr das selber zahlen. Bei den allermeisten IFBB Pros ist es so, dass dann schon der Sponsor das übernimmt, die Reisekosten, das ist ja dann auch wieder, äh, ja, ein, ist ja praktisch wie bares Geld, weil Flug, Hotel, Taxi, Uber, etc. kostet ja, kostet auch alles, ja, und wenn man dann nach dem Wettkampf essen geht, ist auch so, dass das oftmals der Sponsor übernimmt. Mhm. Wir würden es machen, ja, also wenn ihr mal einen Athleten haben, wir würden es machen. hast du gehört, Essen gibt es auf, auf gar nicht kurzen Nacken. Ähm, ja, also es ist so, äh, man kann es pauschal eben wirklich nicht sagen. Was man vielleicht sagen kann, ähm, das ist jetzt meine Vermutung, ich denke nicht, dass es in Deutschland einen Athleten gibt, einen Profi-Athleten, der mehr als so sechs, siebentausend Euro vom Sponsor bekommt, glaube ich nicht, ich denke, mit sechs, sieben K im Monat ist man in Deutschland schon die Spitze, ähm, der, der es bekommen würde, Markus Rühl, der hat seine eigene Marke, also bei Markus Rühl bin ich mir sicher, der hat deutlich mehr bekommen, weil der ist einfach so eine starke Person, ähm, deswegen hat er ja jetzt auch seine eigene Marke, ähm, ähm, ja, und dann kommen noch mal, wie gesagt, die, die, die Klamottenkohle, ja, vom Klamottensponsor, wo ich jetzt auch mal sage, so zwischen 1.000 und 3.000 Euro, dann ist man, wenn man ein guter Profi ist, schon mal bei so 10.000, dann kommt's drauf an, ist man fleißig, gibt man Seminare, hat man Gym, was man selber pusht, Programm, hat man ein Produkt bei einem Sponsor, für, wofür man eine Vergütung bekommt, also eine Provision, pro verkaufstes Produkt, wo man eben beteiligt wird, was natürlich auch, äh, immer mehr, was die Profis hassen, das hassen sie, aber da, ähm, das ist halt mittlerweile, wird das normal, Codes. Codes, die tracken, wie die Performance ist, so wie es die Influencer jahrelang gemacht haben, das müssen jetzt immer mehr Profis auch machen und die haben da meistens so gar keinen Bock drauf, ähm, ja, aber wenn man jetzt ein fleißiger Pro ist, sage ich, man kann dann schon so auf 10.000, 15.000 Euro Einkommen kommen, natürlich muss dann immer noch mal versteuert werden, aber das halte ich schon für, möglich, Seminare ist ja auch noch so ein Thema, ja. Ja, jetzt haben wir viel über Profis geredet, haben wir vielleicht auch ein Problem, allein schon deshalb, weil es mittlerweile deutlich leichter ist, sich im Bodybuilding die Pro Card zu holen, das ist ja so ein Ding, was immer wieder diskutiert wird, jetzt haben wir so eine Fülle an Pros, ich will jetzt niemand mir diesen Pro-Status aber erkennen, aber früher kam ja, äh, ein Profi bloß dann zustande, wenn man wirklich dann hartgesottenen Athleten hatte und mittlerweile kann man auch als verhältnismäßig mittelmäßiger Athlet Profi werden und wenn man die Lizenz da mal hat, fühlt man sich vielleicht auch direkt zu mehr Berufen und drückt automatisch nach Möglichkeiten das Gaspedal dann auch durch und da hat man dann irgendwie, ist man in diesem Teufelskreis drin und macht Dinge, die man eventuell nicht gemacht hätte, wenn man nicht Profi geworden wäre und so weiter und so fort. Siehst du da ein Problem, dass man das so vereinfacht hat für die Athleten? Es, es nimmt halt brutal das Prestige von der Pro Card. Ich weiß noch, wenn wir im Jahr 2015 darüber berichtet haben oder 16, Person XY ist Profi geworden, da hat der Server geglüht, das war richtig, richtig krass, ja. Heutzutage ist es, also, früher kannte man auch jeden Profi, wenn du Bodybuilding-Fan warst, das heute, jeder wird es kennen, du bist auf Instagram unterwegs, dann bist du auf dem Profil, oh, das ist der IFBB-Pro. Ja, es ist so, es ist nicht, ich will nicht sagen, dass es nichts Besonderes mehr ist, aber dadurch, dass IFBB einfach so viele Pro Cards raushaut, verwässert das Ganze und das nimmt halt Prestige und dementsprechend fürs Geld verdienen ist die Pro Card, wird die immer unwichtiger und das Wichtigste wird immer mehr, könnt ihr andere Menschen begeistern, wenn es ums Geld verdienen geht. Sollte man es wieder schwerer machen mit den Pro Cards? Früher, glaube ich, hat man die Lizenz, glaube ich, nur auf Empfehlung bekommen, da hat man schon die deutsche Meisterschaft gewonnen, aber da hat der DBFV quasi gesagt, pass auf, wir haben da einen geilen deutschen Athleten, wir würden den empfehlen für die Pro Card, dann gab es schon diese Quali-Wettkämpfe, aber heute ist es halt. Nur bei Markus Rühl, ich glaube, das war nur Markus Rühl, sonst keiner. Die mussten Weltmeister, Europameister, etc. werden. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall würde ich die Hürde wieder höher setzen, damit einfach wirklich nur noch die besten Athleten Profi werden und diese, also, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass so teilweise jetzt irgendwie Athleten bei Mr. Olympia teilgenommen haben, weil sie so viele Wettkämpfe gemacht haben, weil die halt einen guten Sponsor hatten, der die Reisen immer bezahlt hat, dass sie dann durch das Punkte sammeln zum Mr. Olympia gefahren sind. Und das war halt früher so nicht möglich und es nimmt, also die Qualität vom Sport wird dadurch halt nicht besser. Ja. Vom Wettkampfsport. Die meisten sind da auch immer so ein bisschen beleidigt. Also ich kriege das immer auch dann mit in Kommentaren oder auch Nachrichten, wenn, jetzt ist ein neuer Athlet Profi geworden, dann ist der in der IFBB Pro League ansässig, das ist jetzt nicht mehr so geil wie vor zehn Jahren, das kann man definitiv festhalten. Jetzt haben wir aber auch so einen Profiverband, der relativ neu ist nach dieser Abspaltung. Elite IFBB ist es bei IFBB Elite Pro. Da kriegt jetzt quasi, ich will das jetzt nicht so hart sagen, aber da kriegt jeder Hans Wurst eine Pro Card, weil es noch keine Profis gibt und dann schmeißt man das den Leuten so hinterher. Und die sind dann immer so ein bisschen beleidigt, wenn ich sage, für mich ist das jetzt so nichts wert, weil für mich ist die Pro Card halt was wert, wenn ich irgendwann mal bei der Arnold Classic stehen kann, wenn ich mal Olympia mitmachen kann nach Qualifikation. Da kommst du ja gar nicht hin. Das ist ja dann nochmal so ein Ding. Da hast du noch mehr, die dann irgendwie Profi Bodybuilder in der Signatur oder im Profil stehen haben und erhoffen sich davon was und sind wahrscheinlich schon so fälschlicherweise beleidigt, dass man sie nicht als das anerkennt, was sie sind, obwohl man sich dafür noch viel, viel weniger kaufen kann. Das stimmt. Es ist halt super naiv und ich würde jetzt mal sagen, man sollte natürlich schon irgendwie so reflektiert sein und die Augen aufmachen, was bringt mir was, wie ist das Ansehen. Also als Beispiel, wenn ich halt Steuerfachangestellter bin, bin ich auch kein Steuerberater. Und da muss ich jetzt auch nicht irgendwie glauben, dass ich wie ein Steuerberater bezahlt werde. Das ist so ganz normal, wird jetzt keiner irgendwie in Frage stellen und in dem Kontext anscheinend aber schon. Ja, jetzt habe ich vorhin schon ein Beispiel genannt, auf das ich nochmal eingehen wollte. Ich kann den Namen nicht aussprechen und ich bin echt versiert, was Fremdsprachen angeht. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall Nicolas Vouillot, glaube ich, das ist französisch, französische Schweiz. Da gibt es jetzt auf jeden Fall, ja, Vouillot. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also keine Ahnung, das ist so echt kompliziert für mich. Auf jeden Fall, der Nicolas Vouillot, Vouillot, ist ein bekannter und ich würde sagen, jetzt seit seiner Entscheidung auch für mich ein sehr vernünftiger Athlet. Der hat seine Karriere schon mit 30 Jahren jetzt sehr, sehr früh beendet, war schon bei Mr. Olympia, stand schon neben Hadi Choupan, ist Zweiter geworden, glaube ich, in der 2.12er Klasse. Für mich eigentlich so ein Athlet, der sehr, sehr viel Potenzial mitgebracht hat. Was sagst du zu der Entscheidung, dass jemand sich so früh aus dem Wettkampfsport zurückzieht? Wenn man sich das Statement durchliest, kann man schon, glaube ich, rauslesen, dass Gesundheit ein Thema war, auf jeden Fall. Also, man, das ist ja ganz klar, als Profi-Bodybuilder, da riskierst du schon dein Leben, zumindest riskierst du das gerade am Ende des Lebens immer mehr abgeschnitten wird. Es hat schon einen extrem hohen Verschleiß. Als Profi bist du ja wirklich in dieser Region, dass du dann auch nicht nur Medikamentenmissbrauch begehst, um mehr Muskeln zu haben und Fett zu verlieren, sondern um auch schlafen zu können, um schmerzfrei zu sein, zumindestens zeitweise etc. und das macht natürlich die Organe nicht besser. Also, da muss man nicht drüber diskutieren. Es ist natürlich auch so sehr risikobehaftet. Man hat es ja jetzt an Dennis Wolf gesehen, da war die Karriere auch ganz schnell vorbei. Eine Verletzung und danach gab es keinen Weg zurück mehr und Dennis Wolf war einer der geilsten Profis. Ja. So, was war seine beste Platzierung? Was ist der Olympia? Dritter. Dritter? Ich glaube, Dritter. Arnold hat er gewonnen 2014. Genau. Also, das war so schon einer der besten Profis der Welt und das ging ja ganz schnell. Und Dennis Wolf ist natürlich heute auch nicht mehr so viel wert. Da sind wir wieder beim Geldverdienen, wie er es noch zu seinen Zeiten war, als er eben bei Mr. Olympia auf der Bühne stand. Aber am Ende des Tages so ein Nikolas, der wusste das ja auch vorher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt auf einmal, die Weisheit eingesetzt hat. Ich habe vorhin auch mal so sein Instagram angeguckt, der scheint immer noch brutal zu trainieren. also die Lust am Bodybuildigen, die scheint ihm nicht vergangen zu sein. Aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass es für ihn halt so, es ist, es kann, also Profi-Bodybuilder zu sein, kann unfassbar undankbar sein. Weil der Niklas, der ist eigentlich so ein gutes Beispiel. Der ist so ein guter Athlet, aber der ist jetzt nicht irgendwie auf Social Media extrem groß, ist jetzt nicht klein, aber er ist jetzt halt auch nicht so ein unfassbarer Publikumsliebling wie ein Begrami, Kai Green, etc. Der wird jetzt da nicht sich dumm und dämlich verdient haben. Falls doch, also falls ich falsch liege, ich gönne es ihm, alles cool, ja. Aber ich würde sagen, er ist so ein typischer, vom Verdienst her, ein Pro, der so im mittleren Segment sein wird. Ich vermute ehrlich gesagt maximal. Man muss schon auch sagen, die 212er-Athleten, außer Flex Lewis, die sind nie so, die genießen leider nicht so sehr das Ansehen, wie die Athleten in der offenen Klasse. Teilweise ist es so, dass mittlerweile einige Men's Physique oder Classic-Athleten dann noch höher im Ansehen sind. Weil, ja, also die 212er-Athleten, wir finden die Klasse voll cool, aber das sind halt alles so Jungs, die so groß sind wie ich und irgendwie 90 Kilo wiegen. Genauso breit. Ja, also Würfel, ja, so hoch wie breit und das sieht jetzt natürlich nicht so toll aus wie ein Chris Bumstead oder ein Breen Ansley. Ja. Das für die Allgemeinheit, muss ich betonen. Also, ich könnte mir vorstellen, es ist so eine Mischung, ja, aus, boah, ich reiße mir hier voll den Arsch auf, ich riskiere meine Gesundheit, ich werde jetzt damit aber nicht direkt Millionär, will ich das jetzt machen die nächsten 10 Jahre. Bodybuilding ist ja ein cooler Sport, ich will da gar nicht immer so dagegen reden, aber muss ja nicht alles direkt danach ausrichten, zumindest nicht jeder, ich glaube, Manuel Bauer hat mal gesagt, dass er lieber ein guter Amateur als ein schlechter Profi ist, auch wenn er sicher hätte Profi werden können irgendwann, bin ich davon überzeugt. Würdest du mit der Aussage d'accord gehen? Manuel Bauer würde heute easy Profi werden. Wahrscheinlich könnte er jetzt noch bei den Masters Pro raten. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher hatten, ja, es war damals halt viel schwerer und deswegen wurde so ein super starker Athlet wie der Manuel Bauer kein Profi, aber heute, also 100, der müsste jetzt schon sich irgendwie, klar, wenn er gar keinen Wettkampf macht, dann kann er nicht Profi werden, aber wenn er sein bestes Paket damals, heute abgeliefert hätte, der wäre safe Profi geworden. Das, was er sagt, mit lieber ein guter Amateur als ein schlechter Profi, ich glaube, da kommt es halt sehr stark drauf an, wie will man leben. Gerade zu der Zeit, als Manuel Bauer gerne Profi geworden wäre, da war es natürlich schon so, wie wir es eingangs beschrieben haben. du warst Profi, du hast safe Geld verdient, es gab keine Influencer, so, du hast die Supplement-Sponsor-Kohle bekommen, ja, die hat die FIBO bekommen, ja, und die haben die Athleten bekommen, ja, also, beziehungsweise Expos, gibt ja nicht nur FIBO und gab nicht nur FIBO, Expos und Profis, das, und, und die Flex, also die Muskelheftchen, da, da ist früher das Geld hingegangen, heute ist es anders, heute hast du Influencer, Google, Facebook, etc., etc., ja, früher Gannikus, da ging dann die, geht jetzt die Kohle hin, aber zu der Zeit, da waren es eben Expos, Muskelheftchen, Profis, und dementsprechend, ich weiß nicht, ob das dann nicht auch für ihn cool gewesen wäre und man muss ja auch dazu sagen, als guter Amateur gehst du ja immer noch arbeiten, wenn du dich aber zu 100% auf den Sport konzentrieren kannst und das ist ja das Sinn vom Profi-Dasein, kann schon sein, dass du dann noch besserer Profi wirst, also würde ich sagen, also ohne, dass ich jetzt den Manuel Bauer angreifen will, aber vielleicht hat er ja damals eher zu klein gedacht, ein Mindset-Problem. Bevor wir uns heute den Zuschauerfragen widmen, ich muss dich natürlich irgendwie nach einer Lösung fragen, du hast immer schon so ein bisschen was rausblicken lassen, zumindest einen Lösungsansatz würde ich erfragen wollen, wir stehen ja irgendwo, wie oft eigentlich so in unseren Podcast-Folgen, wieder vor dem Dilemma, dass viele Leute was werden wollen, was die meisten nicht werden sollten und vielleicht auch selbst gar nicht richtig zu greifen oder einzuschätzen müssen. Muss man vielleicht einfach immer noch mehr proaktiv, vielleicht wir auch, Bewusstsein dafür schaffen, machen wir ja schon, aber noch mehr, dass so ein Hardcore-Bodybuilding-Lifestyle nichts für jeden ist und andere Vorbilder wahrscheinlich für die allermeisten Leute geeigneter werden. Ja, 100%. Also, das ist so einer der Gründe, warum ich Instagram-Stories mache, wenn ich Party machen gehe, damit die Leute sehen, man kann einen guten Body haben, aber ich lebe jetzt nicht wie ein IFBB-Pro, ich sehe auch bei weitem nicht so aus, aber es ist ja immer noch so ein gutes Niveau. Und ich glaube, für die meisten ist dieses nette Niveau, netter Beach-Strand-Body, Freibad-Body, das ist ja für die meisten schon vollkommen cool. Und ich würde auch nie jemanden ausreden, dass er eine Profikarriere einschlägt, wenn ich das Potenzial bei ihm sehen würde. Aber jeder, der sich das ernsthaft überlegt, der darf nicht auf Social Media fragen, ob er das Zeug dazu hat. Da gibt es nur die Schulterklopfer von ganz, ganz vielen Menschen, die da vielleicht nicht unbedingt die Kompetenz haben. Also, ich frage jetzt halt auch, wenn es um irgendwie steuerliche Dinge geht, den Steuerberater und nicht die Follower von mir. Und entsprechend sollten das die Jungs und Mädels, die jetzt da irgendwie sportlich eine Karriere planen, nicht irgendwie auf 18-jährige Jungs hören, für die man irgendwie, boah, bist ja voll breit, Stiernacken. Mach mal Pro-Cards. Ja, sondern wirklich erfahrene Athleten, zum Beispiel Manuel Bauer. Ja. Es macht mehr Sinn, mal irgendwie sich mit so jemandem zu treffen, an den Tisch zu setzen, beziehungsweise sich den Posing-Slip mit einzupacken und dann einfach mal zu zeigen, was man hat. Und solche Leute, die können dann schon sagen, ob man das Zeug dazu hat oder nicht. Aber nicht Follower. Nicht, weil die blöd oder sonst irgendwas sind, aber nicht jeder hat jetzt da halt ein Auge dafür und die Sachkenntnis. Und ich, also, da, teilweise muss ich schon, denke ich mir schon so, ah, also wer hat dir das denn jetzt in den Kopf gesetzt, dass du meinst irgendwie Pro-Card, ja? Und klar kannst du dich jetzt da irgendwie hinschlingeln und wenn du bei der Timbuktu Pro-Qualifier-Wettkampf mitmachst, wenn es hagelt und irgendwie nur drei Teilnehmer dabei sind, dann kriegst du die Pro-Card am Ende. Aber du wirst halt nie irgendwas reißen. Und das ist, manchen steigt es aber dann leider trotzdem zu Kopf. Daher immer zu den Experten gehen und die fragen, ey, was glaubst du, wie es aussieht? Denn sowas wie Genetik, ja, das sehen Experten einfach. Nur weil man eine gute Genetik hat, muss ich auch dazu sagen. Das ist noch lange, deswegen hast du noch lange nichts gewonnen. Also, aber wenn du eben wirklich von Experten gesagt bekommst, ey, nee, die Genetik, die ist nicht so geil, dann würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Und ich meine jetzt wirklich Experten. Ich meine nicht den Typen bei McFit, der auch mal irgendwie Männer 4, 17. geworden ist, statt bekannter Stoffticker und der sich, indem er irgendwie so Sci-Zero-Trainingsprogramme und Stoff verkauft, was dann nebenher verdient, ja. Also, das meine ich nicht mit Experten, sondern geht zu den Leuten hin. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Egal wer, ob das jetzt ein, keine Ahnung, Matthias Botthoff, Manuel Bauer, da gibt es so viele, ja. Die Kreatin-Fragen, die werden die Jungs sicher nicht beantworten. Aber wenn ihr denen irgendwie gute Posing-Videos sendet und nach einem ehrlichen Feedback fragt, ich kann mir schon vorstellen, da wird der eine oder andere antworten. Mhm, ja. Das war es von mir zum Hauptthema. Außer du hast noch was bezüglich, was haben wir jetzt alles geredet, IFBB-Pros, Profis und Geld verdienen, Trugschluss und so weiter. Nee, ich denke, wir haben da jetzt sehr ausführlich drüber gesprochen. Man kann es nicht so einfach pauschalisieren. Es ist auf jeden Fall härter, als die meisten glauben. Und ich will jetzt nicht irgendwie so, wie die Eltern von euch klingen, aber als Bodybuilder macht es schon Sinn, wenn man guckt, dass man auch irgendwie noch sich ein Standbein aufbaut, mit dem man Geld verdient, wenn der Arm mal nicht mehr so dick ist. Mhm. Ja. Dann machen wir jetzt noch Zuschauerfragen, weil du musst noch ein paar konstruktive Antworten geben. Wir hatten ja schon ein paar Supplementbezogene, am Anfang jetzt noch mal acht Stück, die etwas allgemeiner gehalten sind hinterher. Und wir starten mal locker rein mit einer Frage, die scheinbar nie alt wird. Und zwar, habt ihr schon mal ernsthaft über eine Haartransplantation nachgedacht? Ich bin selbst mit nur noch stark reduziertem Haupthaar gesegnet. Danny, ich würde dich jetzt mal was dazu sagen lassen. Auch wenn du darauf dazu schon ein paar Mal was gesagt hast. Ja, ich finde das erstaunlich, dass, also ich hatte es neulich auch mit meiner Mutter und auch mit meiner Freundin, die ja Friseurin ist, blöderweise, also ich habe nicht mal was davon. Und ich habe dann gegoogelt, während wir so sonntags beim Grillen standen, vor dem Grill, und habe geguckt nach permanenter Haarentfernung für die Glatze quasi. Weil ich, genauso wie bei dir, ist bei mir eine bewusste Entscheidung gewesen, mir die Haare abzurasieren, weil es jetzt nicht scheiße aussieht und weil Haare halt echt so ein Geficke sind, das so jede Woche dann schneiden zu lassen. Und du findest dazu nichts. Also jedes Mal, wenn du danach suchen möchtest, findest du eher wieder Haartransplantation, als dass du, oder wie kriegt man die Glatze weg? Kommt, kommt, kommt die Haarpracht wieder, wenn man mal eine Glatze hatte. Also die Männer, die googeln wirklich den größten Unsinn. Haare muss ein richtig, richtig krass sensibles Thema für den Mann sein, was ich also nicht verstehe. Also ich, bei mir bewusste Entscheidung, ich möchte das weg haben. Und bei dir ist es glaube ich ähnlich. Also das erste YouTube-Video ist von 2014 und da hatte ich auch schon eine Glatze. Kann sein, damals noch mit dem Rasierer ohne Aufsatz. Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber dann kam schon auch relativ schnell die Glatze oder war auch schon. Ja, war auch eine bewusste Entscheidung bei mir. Vielleicht lustige Anekdote. Das müsste jetzt so drei, vier Jahre her sein. Da war ich auf einem Seminar und da war, die bekannteste Klinik ist doch glaube ich dieses Elite-Hair-Transplant oder so. Es gibt Elite-Hair-Transplant und Bank of Health sind glaube ich jetzt so relativ gleich. Nee, dann Elite. Da war ich auf einem Seminar und da war der Bruder von dem Chef und ich glaube, der Chef ist auch der Arzt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Und jedenfalls war das noch, bevor die diese Influencer-Marketing-Offensive gemacht haben oder ganz am Anfang. Jedenfalls hat der mich damals schon gefragt, hey Marcel, willst du nicht? Weil ich hatte, damals war ich vielleicht sogar noch öfter zumindest auf YouTube zu sehen als jetzt. Ja. Und wir haben auch Videos gemacht, die mehr Klicks gemacht haben. Also war ich so gesehen vielleicht für den einen oder anderen Bekannter sogar. Und ich habe ihm damals schon gesagt, ey voll nett, aber nein. Wir zahlen alle, also so wie ihr das jetzt von den ganzen Influencern kennt und ich so, nee, ich habe mit Absicht eine Klatze. Also ich kriege die Frage auch total oft und ich bin immer darüber erstaunt, dass andere darüber erstaunt sind. Das ist für mich ein absolutes Phänomen. Also ich finde es auch krass, dass diese Fragen immer noch kommen und ich finde es so interessant, dass für viele das so ein super großes Thema ist. Ja. Ich wollte das ja umdrehen. Das hatte ich dir ja schon im Vorfeld gesagt. Ich drehe das jetzt mal um, weil die Influencer gehen ja immer in die Türkei, um Haare transplantiert zu bekommen. Ich starte jetzt den Aufruf, auch für uns beide, wenn ihr eine Agentur habt oder ein Kosmetikstudio, das permanent Haare wegmacht, dann wir machen das gerne. Wir dokumentieren das auch. Wir filmen das auch. Nehmen dann natürlich auch das Gratisangebot gerne in Anspruch. Macht uns die Dinger weg, weil ich muss das sonst jeden Tag wegrasieren und ich habe keinen Bock mehr drauf. Genau. Jeden Morgen, ich gehe mal morgens trainieren, danach duschen und in der Dusche rasiere ich mich. Jeden Morgen. Und ich fände es cool, wenn ich es nicht mehr machen müsste, würde ich mir so, wie lange dauert das? So fünf bis acht Minuten oder so, würde ich mir sparen. Ja. Aufs Jahr gerechnet echt viel. Und ich setze noch einen drauf. Also ich bin so einer, ich finde auch Körperhaare brauche ich nicht. Ja. Ja. Ich bin eine Zeit lang immer zum Waxing, also immer rasieren, dann, ah ne, kacke. Dann bin ich zum Waxing und da war mein Problem, also mir hat es immer so wehgetan, ich habe immer den ganzen Körper. Und dann musste ich aber das immer auf zweimal, weil ich habe es wirklich nicht ausgehalten, das auf einmal zu machen, ganzen Körper. Dann hatte ich endlich so eine Waxing-Dame, die es richtig gut gemacht hat. Da konnte ich es dann auf einmal, in einer Session alles. Und dann hat die ein Kind bekommen und ist jetzt raus. Ja, richtig, richtig scheiße. Grüße an der Stelle an die Vanessa, oder so heißt sie. Super Liebe. Die wird das hier bestimmt nicht hören. Aber die hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und bei mir war das dann auch immer so, wenn ich es dann mal durchgezogen habe mit dem Waxing, dann bin ich erst mal irgendwie ein halbes Jahr, Jahr nicht mehr, weil ich so diese Schmerzen noch immer gespürt habe, dass dann die Haare wieder so lang waren, dass es dann wieder so wehgetan hat. Also ich war in so einem Kreislauf und jetzt ist es so, ich habe so einen Rasierer, mit dem es so relativ entspannt. Fragt mich nicht, was das für, ich glaube irgendein Philips, ich glaube für den hat Gurky mal, ja, ich glaube für den hat Gurky mal Werbung gemacht. Ich mache jetzt auch Werbung, ich musste mir den aber kaufen beim Mediamarkt. Vielleicht da noch eine kleine Anekdote. Habe ich mir vor einem halben Jahr gekauft. Dann sehe ich bei mir zu Hause in so einem Kästchen, oh, ich habe den schon, habe es nur vergessen. Habe den jetzt zweimal. Ist aber nicht so verkehrt, weil wenn ich dann mal mich rasiere, dann kann ich auch meiner Freundin eingeben, mir ein und dann machen wir zusammen. Geht schneller. Wird dann das Fell geschert, weil im Rücken und so komme ich ja nicht ran. Also daher, wer uns helfen kann. Ja, bei mir komplett. Ja, bei mir auch, macht weg. Ja, Bart will ich auch. Da will ich eher mehr. Also dann würde ich gerne eher mehr haben. Du bist da gesehen mit so ein bisschen. Bart, Bart, ich hätte nur so, dass meine Haare dauerhaft schwarz bleiben, weil ich werde jetzt alt. Du bist alt, ja. Ja, dann werden die Haare grau. Die Frauen sagen zwar immer, oh, voll sexy, aber ja. Ja, aber ja, also wer da ein Angebot hat, contact at garnikurs.com. Ja, oder schreibt es in die Kommentare, meldet euch bei uns über Instagram. Es ist alles verlinkt. Wir sind da am Start. Wir dokumentieren das gerne permanent der Haaren. Also, was ich nicht will, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, irgendwelche Firmen, die so innovative Rasierer haben. Da habe ich immer keinen Bock, Influencer zu sein, weil das ist dann immer so ein Geschieß, wenn dann zum Beispiel da du neue Klingen brauchst. Ja. Nicht Klingen. Ja. Ich nutze immer vielleicht so viel dazu, einen Wilkinson. Fünffach. Fünffach Klinge. Ja, genau. Der ist so super. Wenn ich jetzt da irgend so ein exotisches Ding habe, dann kriege ich nicht mehr die Klingen, dann muss ich die online bestellen. Dann dauert, ist mir zu stressig. Daher Wilkinson. Also Wilkinson, wenn ihr das irgendwie mitbekommt, ihr dürft euch natürlich, Sponsoring, ja, habe ich auch nichts dagegen. Aber bitte keine Anfragen mehr. Nein, ich will nicht in die Türkei und meine Haare transplantieren lassen. Wir wollen sie weg haben. Deshalb meldet euch Instagram und YouTube-Kommentar. Ich lese das alles auch unter dieser Folge, weil das ist echt so ein Pain. Der muss weg jeden Tag. Und damit kommen wir zu Frage Nummer zwei. Ganz kurz und knapp. Stirbt Fitness YouTube aus? Ach, aussterben nicht. Aber ich glaube, es hatte schon bessere Zeiten. Ich sage mal, so die Golden Era zwischen, wann war das? 2014 und 2017. 2017, ja. Ja, so, das war die Golden Era, angefangen mit Flying Uwe, Görki, Flavio, Karl. Dann kam ja später so diese ganze Bro, Bro, GA. Dann kamen so die nächsten Player, via Smart Gains. Wer ist denn da noch so mit dabei gewesen, in dieser nächsten Welle? Und dann kam ja noch mal eine Welle, die Hard Gainer, etc. Ja, und jetzt, es gibt jetzt ja auch neue Jungs, also die ganzen Rocker-Bubis, meine ich jetzt gar nicht böse, aber die sind ja super Jungen. Die sind ja noch Bubis, ja. Mit 13, ja, mit 13 ist man noch Bubi. Ja. Da darf man das, muss man sich das gefallen lassen. Aber die haben, also ich hab die gar nicht auf dem Schirm. Ich gönne das sehen, aber es interessiert mich jetzt natürlich nicht, was ein 14-Jähriger macht. Aber ich hab jetzt auch nicht den Eindruck, dass es irgendwie, dass du nicht mehr dran vorbeikommst. Und was man halt, denke ich, immer stärker merkt, das hab ich auch schon oft gesagt, jetzt ist das Licht aus. Die, die Fidisierung der Welt. Jeder ist halt immer mehr in seinem eigenen Feed drin. Guck, also, ich hab nicht mal mitbekommen, die ersten zwei, drei Tage, dass Fußball-EM ist. So, weil das in meinem Feed nicht auftaucht. So, dann war ich vielleicht da an den Tagen auch irgendwie weniger am Handy, keine News gecheckt. Bei mir ging das erst mal voll vorbei. Auch jetzt krieg ich da manchmal drei Tage nichts mit. Und dann sehe ich, Also Deutschland ist raus schon, nur dass du es weißt. Ja, und ich hab das, ja, ich hab das nur gesehen, weil hier läuft oft BBC und hier sind viele Engländer und die Engländer, also Engländer, das sind sowieso die coolsten, weil die eskalieren immer. Ja. Die brauchen keinen Grund und die eskalieren. Positiv, ja, immer, also, positiver. Wenn du da hin saufen willst, da kannst du auf jeden Fall immer jemand finden. Ja, und jetzt ist natürlich, als sie dann gewonnen haben, aber deswegen hab ich's mitbekommen, nicht, weil das bei mir im Feed aufgetaucht ist, ja, und, äh, jeder wird mir zustimmen, also vor 10, 15 Jahren, also da hat kein Mensch mal drei Tage nicht mitbekommen, dass Fußball EM ist. Mhm. und ich denke, das ist, ähm, was, was die Leute einfach merken, dass es mittlerweile wirklich Themen, Personen, Marken gibt, wenn die nicht in deinem Feed, also, dein Feed ist ja, dein Instagram-Feed, YouTube, Spotify, etc. Wenn du in mein Spotify reingehst, sieht's anders aus, als bei dir. Mhm. Wenn ich bei dir bei Facebook reingucke, sieht's anders aus, als bei mir. Und diese Effekte, die werden halt immer stärker. Und ich denke, das fühlt sich dann für die Leute so an, dass dieser Hype zurückgeht, ähm, weil es jetzt viele Player gibt, die nicht alle kennen. Also, heutzutage, da gibt's irgendwelche TikToker, die irgendwie 5 Millionen Follower haben, noch nie gehört. Ja. Oder irgendwelche Rocker-Influencer, die irgendwie 12,5 sind und bei, mit jedem Video irgendwie 50.000 Views machen, aber ich hab die noch nie gesehen. Weil das taucht halt bei mir nicht auf. Ja. Und ich denke, das ist so, was die Leute jetzt immer stärker merken. Mhm. Frage Nummer 3, wie stehst du zur Legalisierung und der kontrollierten Abgabe von Cannabis? Also, für mich selber ist es so irrelevant. Ja. Es sei denn, wir könnten dann vielleicht CBD mit mehr CBD verkaufen. Also, coolere CBD-Produkte, das wäre dann so wahrscheinlich, würde damit einhergehen. Aber grundsätzlich bin ich immer so ein Fan von eher einem höheren Liberalismus, mehr Eigenverantwortung bei den Menschen. und ich hatte, gestern war ich in einem Podcast, der hieß Sucht und Ordnung. Da ging es genau um das Thema. Und da habe ich auch gesagt, also, ich bin in Berlin jahrelang U-Bahn gefahren. Ich habe noch nie einen bekifften, super aggressiven Menschen gesehen, der in die U-Bahn kotzt. Ja. Also, das machen halt dann doch eher Menschen, die gesoffen haben. Und dementsprechend bin ich da, also, mir ist das so egal, wenn jemand kifft. Ich mag es nicht riechen, ich finde, das stinkt, aber wer jetzt irgendwie kifft und ich bekomme das nicht mit, also, das ist mir egal. Bei Betrunkenen werden wir uns alle einig sein, dass uns meistens, wenn wir nüchtern sind, finden wir es nicht gut. natürlich muss es da klare, müsste es klare Gesetze geben, dass man bekifft nicht Auto fahren darf, etc., also, wie bei Alkohol. Ja. Aber ich, für mich gibt es jetzt keinen Grund, das irgendwie zu kriminalisieren und Alkohol zu bagatellisieren, also, zu verharmlosen, sehe ich gar keinen Grund. Und es, ich glaube auch so, für den deutschen Staat wäre es einfach, erstens von den Einnahmen, her, durchaus lukrativ, weil da würde ja eine neue Industrie entstehen und zweitens würde ja auch sehr viel Geld gespart werden für diese ganzen bescheuerten Cannabis-Verfahren. Also, gerade in Süddeutschland, ja, hast du zwei Gramm Gras in der Tasche, dann kriegst du ein Verfahren, in Berlin, ich kann dir sagen, wenn dich die Polizei, in Berlin kannst du auf der Straße kiffen und wenn du es nicht gerade am Kudamm oder in Berlin-Mitte vor irgendeinem Regierungsgebäude machst, da passiert dir nichts. So, und das, alleine diese Unterschiede, ja, ich denke, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Mir persönlich ist vollkommen egal, weil ich kann damit nichts anfangen, ich brauch's nicht, aber, ja, wer kiffen will, soll kiffen, solange er danach nicht Auto fährt, finde ich das so vollkommen okay. und es würde eben dafür sorgen, dass die Menschen standardisiertes Cannabis bekommen und nicht jetzt aus irgendeiner Drogen-Crackhöhle Cannabis mit Verunreinigung, aufgezüchtet, etc. Ich glaube, man ist sich mittlerweile ja auch nicht nur empirisch anekdotisch, sondern auch evidenzbasiert darüber einig, dass Alkohol eigentlich die schlimmere Droge ist, deutlich als jetzt Cannabis, was halt der Punkt ist, es ist viel, viel einfacher, etwas nicht zu legalisieren, was noch nicht legal war, als was wegzunehmen, was halt schon immer da war und das ist halt der große Punkt, glaube ich. Deswegen gibt's Alkohol noch und Weed ist immer noch nicht legal. Alkohol wird's auch immer geben. Ja, du kannst es den Leuten nicht wegnehmen, geh mal nach Bayern und sag, der darf sein Weizen nicht mehr trinken, da hast du da echt was Ärger. Ja, das stimmt wohl. Frage Nummer vier, warst du an einem Punkt mit Garnikus, an dem du mit dem Gedanken gespielt hast, alles hinzuwerfen? Wenn ja, wie hast du diesen Punkt überwunden? Was war deine Motivation, es doch durchzuziehen? Ich kann echt ehrlich sagen, das gab's bei mir nie. Also es gab sehr viele Punkte, da war's super, super schwierig und ich starnte mit dem Rücken zur Wand und ich wusste nicht, okay, shit, wie geht's jetzt weiter? Komplett plank, etc. Das gab's natürlich schon, diese Punkte und ja, aber jetzt, dass ich aufgegeben hätte, wirklich nie, kann ich sagen, gar nicht. Also es ist mir nie in den Sinn gekommen, ähm, ne, da war ich immer so 100% von überzeugt und bin's auch nach wie vor noch, also es ist ja jetzt nicht weniger geworden, sondern die Arbeit ist immer noch sieben Tage die Woche, ähm, immer noch, auch von den Stunden ist es nicht weniger geworden, ist auch nicht weniger intensiv, es ist jetzt halt auf einem anderen Level, ja, aber es sind immer noch viele Herausforderungen, heute sind sie halt anders, ja, ähm, ähm, aber, ne, hatte ich wirklich nie, nie, also auch nicht im Jahr 2014 oder sonst irgendwann, nein. Dann schließen wir das so ab und gehen zu Frage Nummer fünf, wie sehen wohl die Rentner-Stacks von zurückgetretenen IFBB-Pros aus, gerade im deutschen Raum, interessant? Boah, also da bist du ja wahrscheinlich auch gut im Thema, ich würde jetzt sagen, so ne, ja, so 150, 200 Milligramm Testo die Woche und wer das Geld hat, ein bisschen Wachs. Also ich glaube, die meisten Leute werden das machen, die halt auch nicht mehr danach aussehen, also sieht man jetzt auch bei einem Dennis Wolf, da ist nicht mehr das dran, was mal dran war, aber es gibt sicherlich auch viele Leute, die da immer noch mehr nehmen und rumlaufen mit einem dicken Arm, man sieht es denen dann auch an, ich nenne jetzt keine Namen, muss das auch nicht sein, aber da ist dann auch das drin, was ihr vermutet, wenn die so aussehen, wie sie aussehen. Also ich meinte jetzt natürlich die Leute, die jetzt wie Dennis Wolf nicht mehr so krass aussehen, Dennis Wolf sieht ja immer noch super gut aus, wie alt ist er? Mitte, Ende 40? Nee, Dennis Wolf ist 41 jetzt, glaube ich. Ich gucke, aber so. Also er, wenn er sein T-Shirt auszieht, ist er immer noch sportlich, ja, immer noch Muckis und in jedem Gym würde er positiv auffallen. natürlich mit dem Vergleich vom Dritten beim Mr. Olympia, ja klar, da ist jetzt ein Unterschied, aber ja, so ein Dorian Yates und wie sie alle heißen, Sean Ray und so, die jetzt auch einfach immer noch gut aussehen, da wird immer noch mehr im Tank sein, nee, das wird dieser Stack sein, den ich gerade gesagt habe, ja, also ein bisschen Testo, vielleicht ein bisschen HGH und alle, die nach mehr aussehen, da wird natürlich auch mehr, wie bei allen anderen, das ändert sich im Alter leider nicht, ja, also, klar, Dennis James, der wird vielleicht immer noch sein Mr. Olympia Vorbereitungs-Deck fahren. Ja, aber maximal, ich glaube, der ist da schon noch halbiert wahrscheinlich. Ja, vielleicht die Hälfte davon, aber ja. Halbe Suster, halbe Dekka und das reicht dann auch. Ja, das ist dann vielleicht so eine Ausnahme, aber ansonsten, ja, ich würde sagen, so wie die Leute aussehen, so stoffen sie auch, das ist bei uns ja auch nicht anders und wenn du natürlich, man muss ja sagen, durchs Bodybuilding lernt man ja auch vieles und man lernt so die, die, die Macht des Testosterons sehr, sehr zu schätzen, was ja oftmals in der breiten Bevölkerung gar nicht so der Fall ist, also die wissen gar nicht, dass der, der Hormonhaushalt sich mit dem Alter verändert und entsprechend machen die sich das natürlich auch zunutze, also bei mir genauso und wenn Leute mich fragen, spreche ich mit denen auch darüber, aber ich würde jetzt natürlich nicht bis an mein Lebensende Trenn-Trosta-Deka aufnehmen, ja, also, das würde ich nicht machen, ja, aber eine Testosteron-Ersatztherapie, mir fällt immer wieder an den Fragen auf, dass ganz viele Leute sich nicht bewusst sind, dafür wurde der Scheiß mal gemacht, dafür ist es, ja, für Männer, deren Testosteron-Spiegel mit der Zeit untergegangen ist, Hypogonadismus, sagt man auch, ja, dafür wurde das mal gemacht, nicht, dass du bei McFit den dicken Max machen kannst, dafür hat das Bayer und wie sie alle heißen, nichts entwickelt, Frage Nummer 6, wie gestaltet sich die Arbeit als CEO jetzt, wo du keine News mehr drehen musst, fand ich eine interessante Frage, weil du mir neulich, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast, ey, heute war wieder was, da kam irgendwas von der Steuerprüfung, so, ey, da fragen die mir Sachen von vor 38 Jahren, wo ich mal essen war, mit sowas muss ich mich jetzt rumärgern, während du die News drehst. Ja, genau, also da war ich gerade mit dem Finanzamt beschäftigt, die eine Steuerprüfung vom Jahr 2016 ist bei mir angestanden und die wollten, ach, ganz viel Wissen, Bewirtungsbeleg falsch ausgefüllt, etc. Und das, was so mit den meisten, ja, Bearbeitungsaufwand ausgemacht hat, waren die ganzen Rechtsstreitigkeiten, ja, weil, also, die Dame, ich muss jetzt der Props aussprechen, ja, die war echt anständig, lieb, nett, kann ich gar nichts Kritisches sagen, aber für die war das, also, die hat jetzt noch nie so ein Unternehmen wie Gannicus da gehabt, ja, und die hat natürlich nicht verstanden, warum da so viele Kosten für Rechtsstreitigkeiten sind und am Anfang wollten die dann da gar nichts anerkennen, weil die gedacht haben, das war alles ich privat, ja, und dann nicht der das erklärt, nee, hier, Testberichte, bla, und wenn ich dann halt das irgendwie, wenn ich gesagt habe, ja, das Eiweiß ist richtig scheiße, dann gab es halt einen Anraunzer, einen juristischen, und blablabla, aber das ist eben in diesem Kontext von diesem Produkttest gewesen und nicht jetzt, ich habe mich da jetzt nicht privat hingestellt und das gemacht und, ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, als wir das beschlossen haben, nee, ich muss anders sagen, früher war es so, also, ich habe immer alleine angefangen und dann kamen immer mehr Mitstreiter dazu und am Anfang war es für mich immer so, immer, wenn ein neuer Mitarbeiter kam oder ein neuer externer Partner, dachte ich immer am Anfang, okay, jetzt ist jemand, jetzt ist Verstärkung da, dann habe ich mehr Zeit und nach so fünf Jahren habe ich irgendwann mal gecheckt, Alter, Marcel, jetzt sind schon so viele gekommen, aber ich habe nicht mehr Zeit, so, dementsprechend, als wir besprochen haben, ey, ich mache jetzt die News nicht mehr, der Chris kommt als Verstärkung beziehungsweise, ja, doch als Verstärkung, da war es für mich schon, ich, ich, ich habe so mich selber gebremst und gesagt, ey, aber Marcel, du weißt, du wirst jetzt nicht mehr Zeit haben, ja, auch wenn innerlich in mir so etwas gedacht hat, ey, ich habe immer jetzt jede Woche so viel Zeit in die News gesteckt und war ja trotzdem Geschäftsführer, wenn das jetzt wegfällt bei mir, dann muss ich ja mehr Zeit haben, aber ich habe mich schon selber gebremst und das war auch richtig, weil ich habe jetzt nicht mehr Zeit, ja, denn es kommen dann halt andere Aufgaben oder andere Aufgaben werden ernster genommen, alleine jedes, es ist halt so viel, ja, mit den Produkten, auch ganz, ganz viel hat so mit Strukturen, mit Prozessen zu tun bei uns, ja, daher, mir geht es jetzt, mir geht es, so gesehen geht es mir jetzt schon gut, weil ich mich jetzt so, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, für mich ist es halt jetzt cool, ich muss jetzt nicht mehr so sehr auf andere gucken, was andere machen, sondern kann mich jetzt den ganzen Tag auf Garnicus fokussieren und das ist für mich eigentlich das Coolste, weil da kann ich sagen, dass ich jetzt durch jahrelange Berichterstattung, es ging ja echt meistens bei mir um andere, um andere Marken, um andere Personen, ich habe jetzt nie irgendwie so großartig über mich gesprochen und dementsprechend jetzt nach sieben Jahren über andere reden, ist es für mich sehr, es ist für mich sehr, sehr cool, selbst 100% mich auf Garnicus und auf uns und auf unsere Projekte zu konzentrieren und das ist für mich, was das Ganze jetzt eben schöner macht und worüber ich froh bin. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit, aber ich habe mehr Zeit und Energie, mich auf uns zu fokussieren und ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke jetzt auch nicht seitdem so sehr, was andere machen. Natürlich, wir tauschen uns aus, wir schicken uns lustige Sachen hin und her, aber ich bin jetzt schon so mehr raus, als wenn ihr jetzt irgendwie, also ich sehe es ja auch auf Instagram, fragen mich manche, hey, der hat das und das über den gesagt und da muss ich halt jetzt sagen, da müsst ihr zu Danny jetzt gehen. Danke. Ich bin nicht mehr so up to date. Frage Nummer sieben, welcher Religion fühlst du dich hingezogen? Hier hat jemand gefragt, Marcel, bist du Muslim? Muslim, das kann ich ja auf jeden Fall verneinen, aber du kannst da vielleicht mal drauf eingehen, weil du bist ja so keiner Religion, glaube ich, so wirklich. Ach so, ja, konfessionslos, ich bin katholisch getauft, aber ich gehöre zu keiner Religion an. Meine Religion ist der Kapitalismus. Bei mir war es auch so, ich bin katholisch getauft quasi. Anekdote dazu, ich bin mit meinem ersten Gehalt quasi aus der Kirche raus, also ausgedreht mit dem ersten richtigen Gehalt, das war ein Kirchensteuer damals pro Jahr, 700 Euro, das war eine Woche Malle und dafür habe ich mich dann damals entschieden. Also schon auch aus Gründen einfach, weil ich mich nicht damit identifizieren kann, aber ich dachte mir dann so, 700 Euro jedes Jahr irgendjemand den Arsch stecken, dafür, dass die kleine Kinder ficken, am Ende die Katholiken, das war jetzt so für mich keine Alternative und dann bin ich da raus. Also bei mir war das genauso. Also bevor das erste Gehalt kam, bin ich da auch hin ausgetreten und ja, also mich interessiert das auch nicht. Manchmal lese ich so oder beschäftige mich mit der Bibel oder Religion an sich, weil ich finde es immer faszinierend, wenn andere etwas faszinierend finden und dann beschäftige ich mich damit, aber ich für mich, ja, ich kann damit nichts anfangen. Mir ist aber egal, also Religion ist mir echt vollkommen egal. Mir ist egal, auch wenn jemand religiös ist, also zum Beispiel hier in Dubai sind ja viele, die beten oder Muezzin hörst du singen. Das interessiert mich nicht. Dann Frage Nummer 8, damit die letzte Frage. Was hältst du von dieser Schein- und Zertifikatkultur in Deutschland? Sprich, dass jeder Bachelor, Master und Professor werden möchte. Welche Rolle spielt das bei Gannikus? Also, wenn man bei uns arbeiten will, spielt das keine Rolle, gar nicht. Also, ich sage jetzt nicht, dass es nachteilig ist, überhaupt nicht, aber am Ende des Tages muss immer viel zusammenkommen, damit jemand zu uns passt. Und ehrlich gesagt, der ganz, ganz, also der Skill, der halt oft fehlt, ist so dieses Mitdenken, dieses logische Denken, selbstständig Denken, vielleicht auch so ein bisschen autodidaktisch veranlagt sein. Das ist das, was den meisten fehlt. Das Problem ist, in der Schule, da lernst du halt so, wie du zu funktionieren hast. Und das echte Leben ist aber leider nicht so einfach. In der Schule gewinnt der, der am besten auswendig lernt, was dir vorher jemand sagt, was du wissen musst. Das ist aber im echten, in der Wirtschaft, die ist nicht so. Du wirst vor Aufgaben gestellt und dann musst du selbst wirklich Lösungen erarbeiten können. Und ehrlich gesagt, die Leute, die den besten Job bei uns machen, das sind die, die dann immer eine gewisse Findigkeit haben. Und wir leben jetzt nicht mehr in einem Zeitalter, in dem es, versteht mich nicht falsch, es ist schon immer noch wichtig, etwas zu wissen. Und ich gebe auch sehr viel Geld für Bildung aus. Also wirklich richtig viel Geld. Richtig, richtig viel Geld. Und wenn ihr jetzt denkt, viel Geld, es ist wirklich sehr viel. Aber am Ende des Tages ist es halt so, es ist wichtig, wie man mit dem Wissen umgehen kann. Und das muss ich schon sagen, also das vermisse ich schon bei sehr, sehr vielen Bewerbern. Also das sind halt so gute Funktionierer, aber du kannst sie, ich sage immer, wenn ich jetzt alles von A bis Z erklären muss, dann kann ich es auch selber machen. Ja. Und schneller, wie sie es erklären. Und ja, bei uns ist ja sowieso, es gibt jetzt natürlich Bereiche, wie zum Beispiel Buchhaltung, IT. Wobei bei IT ist schon wieder nicht ganz der Fall. Eigentlich ist es nirgendwo der Fall. Aber es gibt Bereiche, in denen haben die Mitarbeiter, die wir jetzt haben, schon sehr ähnliche Aufgaben gemacht. Also Buchhaltung, Dativ-Unternehmen online, für die, die sich jetzt in dem Bereich auskennen, das ist so eine Software, die setzen halt in Deutschland irgendwie 70 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen ein. Bei den größeren ist dann SAP und so weiter. Jemand, der jetzt schon in einem anderen Unternehmen mit dieser Software gearbeitet hat und jetzt auch buchhalterische Kenntnisse hat, der versteht schon mal relativ viel. Ja, der muss jetzt dann natürlich auch noch mal lernen, warum jetzt bei uns da irgendwie, zum Beispiel früher mit den Affiliate-Abrechnungen, ey, das haben die ganzen Steuerbüros nicht gecheckt, weil also alles, was mit Internet zu tun hat, das ist sowieso bei denen Katastrophe. Und das ist bei uns natürlich auch, ja, dann nicht immer so einfach, denen das zu erklären, aber wenn die es dann mal geschnallt haben, warum da jetzt irgendwie eine amerikanische Firma uns jeden Monat Rechnungen schickt, etc., wo dann der Betreff irgendwie ganz kryptisch ist, ja, das ist halt ein Tool, das wir nutzen. Aber das kannst du so schnell Leuten beibringen. Was eben schwierig ist und da geht die Welt aber immer weiter hin, es geht heutzutage gar nicht mehr so sehr darum, dass du die Fachkenntnis hast, sondern, dass du die Tools in diesem Bereich übernehmen kannst. Beispielsweise, also wenn ihr euch fragt, was mache ich den ganzen Tag, den Buchhaltungsprozess bei uns, den habe ich erschaffen, ich habe den gebaut, ich habe, wir haben da drei verschiedene Programme im Einsatz, um das so weit es geht zu automatisieren. Das habe alles ich mir ausgedacht und jetzt kommen zu uns Steuerfachangestellte und übernehmen diesen Prozess. So, wie kann, jetzt fragt ihr euch, hä, aber die müssen doch fachlich mehr wissen. Ja, das wissen die auch, aber es geht heutzutage nicht mehr darum, dass du fachlich mehr weißt. Geht es schon darum, wenn du dann irgendwelche Steuergeschichten hast, etc. Ja, aber wenn es jetzt erstmal um so alltägliche Prozesse geht, dann geht es darum, wie gut kannst du die Software bedienen und wie, finde ich, bist du, bist du verschiedene Systeme zu verbinden, die dann beispielsweise die Arbeitsprozesse automatisieren. Ja. So, und das ist, also ich will mich da jetzt gar nicht so loben, weil ich denke mir immer, ey, eigentlich kann es nicht sein, dass jetzt da Leute kommen, die in diesem Segment eine deutlich höhere Bildung haben, teilweise auch akademische Bildung und trotzdem bauen die keinen geileren Prozess als ich. Und das Problem ist, nicht weil sie dumm sind oder ähnliches, sondern das Problem ist einfach, dass sie so sehr in ihrer Fachwelt gefangen sind, dass sie halt gar nicht verstehen, wie sie heutzutage die Welt und die Welt ist halt viel Internet und viele Tools, wie sie das nutzen können. Und das wird in Zukunft immer wichtiger. Es geht nicht mehr, der beste Rechtsanwalt, der wird in der Zukunft nicht sein, der, der am besten Paragrafen auswendig lernt, sondern der, der die Anwaltssoftware am besten bedienen kann, denn die Anwaltssoftware sucht mittlerweile die Lücken im System, also im Rechtssystem aus, und das wird nicht mehr ein Anwalt machen. Und genauso ist es halt in vielen anderen Bereichen bei uns auch. Aber das Ganze wird dann natürlich schon auch nochmal gepaart mit einer gewissen Portion Leidenschaft. Also beispielsweise eine, hier Julia, die Redakteurin, die neueste bei uns, so, die muss gut schreiben können, aber die muss sich auch ganz schnell in das Thema reinfinden können und sehr schnell natürlich auch Wissen aufbauen können. Das, was jetzt Danny über, wie viele Jahre? Sieben Jahre oder so, aufgebaut hat. Ja, mehr noch. Das muss sie jetzt natürlich, ja, stimmt, also, ja klar, durch, durch den Lifestyle, Hobby, etc., hat er auch viele Erfahrungswerte mitgegeben. Ja, und zum Beispiel das, ja, wie man dann das, was vielleicht früher nur Spaß war, wie man das dann in den Job bekommt, ja, ich habe es vorhin gesagt, ich habe irgendwie in meinem Leben 200 Booster gesoffen, aber das ist der Grund, warum der Galenicus heute so geil ist. Ich bin nicht, das kam nicht durch, bei mir durch Schulbildung, was ich natürlich verstanden habe. Bei dem Galenicus, da arbeiten natürlich schon auch andere Köpfe mit, die sehr, sehr klug sind. Und ich bin dann am Ende halt der, der es versteht, das Team zum Beispiel gut zusammenzusetzen. Und das ist wahrscheinlich dann auch am Ende eher meine Stärke. Und wahrscheinlich, das ist der Grund, warum dann Galenicus jetzt da ist, wo es ist. Nicht, weil ich alles weiß, sondern weil ich dann vielleicht weiß, wen ich fragen muss oder weiß, wo ich nachgucken muss oder weiß, welches Programm etwas kann. Und das hat halt viel mit Findigkeit zu tun. Und das ist so ein Ding, das lernen die meisten halt nicht in der Schule. Das ist aber das, was wir wollen. Also das ist wirklich so der Skill, den ich von neuen Teamkollegen immer haben möchte. Und das ist aber der Skill, der den allermeisten fehlt. Aber Danny, du bist ja jetzt mittlerweile auch sehr, sehr stark in den Bewerbungsprozessen integriert. Also gerade wenn es um die Bereiche Social Media Redaktion geht, dann sprecht ihr immer erst mit Danny. Und Danny trifft auch mittlerweile da schon weitestgehend die Entscheidung, weil er ist enger an den Leuten dran und kann entsprechend auch besser einschätzen, haben sie die Skills oder haben sie es nicht. Ja, also ich würde schon mittlerweile sagen, Wissen oder wenn man es Bildung nennen will, das wird erst dann mächtig, wenn auch eine gewisse Intelligenz vorhanden ist. Und das ist ja ein Unterschied. Also Leute denken immer, Intelligenz und Bildung ist es selber, ist es nicht. Und da kommt man eben auf diese Findigkeit zu sprechen am Ende. Ich glaube schon, dass dieser typische Schul- und Studiumsprozess so ein bisschen lähmend ist für das Ganze. Also ich würde nicht sagen, dass es mir schlecht tat, in der 12. Klasse gesagt zu haben, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gymnasium-Scheiß und ich werde auch nicht studieren, weil irgendwie so, ich lerne ja alles auswendig und wenn ich dann mal eine gute Idee habe, heißt es immer so, das steht aber nicht im Buch. Du lernst halt nicht mehr selbstständig zu denken, du verlernst es. Dir wird beigebracht, selbstständiges Denken zu verlernen. Du lernst viel auswendig, kannst es aber dann nachher nicht umsetzen. Und das ist halt wichtig. Klar, wenn du einen Schein hast und du hast auch Intelligenz, dann wirst du mehr können als jemanden, der keinen Schein hat und intelligent ist. Aber so beides funktioniert nicht alleine. Und das ist halt so ein ganz, ganz großer Punkt. Ich glaube, durch das, dass man eben lernt, auswendig zu lernen, sich anzupassen, sich so unterzuordnen, es wird einem ja so ein bisschen aufoktroyiert, schwimmen ja nicht gegen den Strom, lernen das so auswendig und nimm das so an, wie es ist. Das ist ja fast schon ein Dogma, was da aufgebaut wird. Verlernt man dann immer mehr und konditioniert sich immer mehr darauf, einfach die Fresse zu halten, auswendig zu lernen und zu machen. Und das sehen wir eigentlich jetzt auch in der Corona-Zeit ganz gut. Da gibt irgendwie ein Experten-Team raus. Draußen gibt es keine Ansteckung quasi. Trotzdem tragen da draußen die Leute Maske, 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 weil irgendjemand sagt, trag die Maske. Ich lese die Zahl, sehe Promille-Bereich, Ansteckungen an der frischen Luft. Warum soll ich jetzt die Maske tragen? Ja, ja, aber das ist halt so, die Regierung sagt es. Ja, aber denk doch mal selber drüber nach, wenn du die Zahl liest. Promille, das ist das, was du in Alkohol im Blut hast. Und wenn du was gesoffen hast, das ist sehr, sehr wenig. Und da passiert halt einfach nichts. Denk halt mal drüber nach. Und das lernt man halt heutzutage nicht mehr. Und je länger du das jemandem recht machen möchtest, heutzutage in deinem ganzen Ausbildungsprozess, der ja teilweise geht bis Doktorand oder Professor, ja, da lernst du dich anzupassen, kriegst gute Noten, wenn du sagst ja und amen. Und nicht, wenn du selber sagst, das stimmt aber so gar nicht, was sie da erzählen. Haben sie denn schon mal draußen gearbeitet in der freien Wirtschaft? Ja, nee, ich bin eigentlich nur Professor. Also da, es ist jetzt nicht schlecht und Schulbildung ist schon gut. Und das zeigt ja auch gewisse Skills, beispielsweise Fleiß. Wer gut in der Schule ist, ist meistens fleißig. Menschen, die schlecht in der Schule sind, sind meistens nicht so fleißig. Das ist natürlich schon auch so, dass es etwas mit deinem Hirn macht, wenn du irgendwie gut rechnen kannst oder dich gut artikulieren kannst. Das ist schon gut fürs Leben. Und ich habe jetzt so eine, ich habe mittlere Reife, ich weiß nicht mal, ich habe mein Zeugnis gar nicht mehr. Ich werde es hoffentlich in meinem Leben auch nie wieder brauchen. Aber das ist schon gut, wenn man eine gute Bildung hat. Und das ist eine sehr, sehr gute Grundlage. Aber es ist halt nicht das Einzige. Also das Leben ist komplexer, die Arbeitswelt ist komplexer, in einer Firma zu arbeiten ist komplexer. Und ja, dementsprechend, es ist toll, wenn jemand, um auf die Frage zurückzukommen, gewisse Zertifizierungen hat. Aber das ist halt nicht alles. Und du baust den geilsten Booster der Welt nicht, weil du die geilsten Zertifizierungen hast, sondern weil du ganz, ganz viele Komponenten gut zusammen bekommst. Und ich denke, da machen wir jetzt einfach als Garnicus einen guten Job. Ich will jetzt mich nicht irgendwie mit Steve Jobs vergleichen, aber ich würde mal sagen, Apple ist jetzt auch dort, wo Apple ist. Nicht, weil Steve Jobs der beste Ingenieur oder ähnliches war, sondern er hat halt ganz viele unterschiedliche Zahnrädchen sehr, sehr gut ineinander laufen lassen. Und so ist es auch im Kleinen in den Positionen. Die Teamkollegen, die für mich den besten Job machen, sind ja auch die, die selbstständig denken, selbstständig Dinge sehen, vorantreiben, aufs nächste Level bringen. Und dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt irgendeinen Schein. Das war die letzte Zuschauerfrage für heute. Hast du noch Input, den du in dieser Folge loswerden möchtest? Sonst wären wir durch. Nein, ich bin fertig. Wir sind wieder bei ungefähr zwei Stunden. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten und konntet etwas für euch mitnehmen. Wunderbar. Damit sind wir am Schluss angekommen. Ihr könnt uns wie sonst auch gerne Feedback da lassen, habe ich letztes Mal schon gesagt, entweder als Kommentar oder auch still in Form eines Daumens. Ansonsten war es das mit einer weiteren Episode des Gannikus-Podcasts. Wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.